Hier steht, dass sich das Ganze konvertieren kann. Save data from PlayStation 4 can be converted for use on PlayStation 4. You may also choose to convert save data layer. Would you like to convert save data now? Ja. Jetzt kommt irgendwie so fehlgeschlagen. Save data converting fehlgeschlagen. Was? Oh! Alter, das ist doch... Alter, Trophäen freischalten ist doch echt cheaten auf der... Mittlerweile, oder? Das habe ich nämlich auch gemerkt, als ich meine... Als ich... Last of Us Part 2 Remastered gespielt habe. Als ich das eingelegt habe, das erste, was passiert ist, war erstmal... Ding, 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 ding. Da sind die ganzen Trophäen aufgeploppt. Weißt du, vorher, da musstest du wenigstens noch, wenn du die PS3 und die PS4-Version von was gespielt hast, dann musstest du das wenigstens nochmal separat dann alles wiederholen und freischalten. Aber alles, was irgendwie auf der PS4 und PS5 ist, dann machst du auf... Dann machst du irgendwie in der PS4-Version die Platin und dann legst du die PS5-Version rein und dann kriegst du nochmal die Platin einfach gratis geschenkt. So, keine Ahnung, das ist doch echt ein bisschen absurd. Wo ist denn da die Integrität des Trophy-Sammelns? So, dann haben wir das nochmal geändert. Äh, Raytracing, I guess. High-Frame-Rate-Mode kann ich hier sowieso nicht nutzen, vor allem nicht im Stream. Ich weiß nicht, hat das zu Problemen geführt im Spiel? Keine Ahnung, wir machen einfach mal an. Dann sieht auch das Footage nachher richtig, richtig schön unterschiedlich aus. Damit dann Leute ordentlich meckern können. New Episodes available. Nein, nein, nein. Don't show again. Bedroom is available. Resident Evil 7. Let's go. Let's start the game. Continue. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Most recent data. Und jetzt starte ich irgendwo im Nirgendwo oder so. Ich spiele jetzt die PS5-Version. Das heißt, wir sollten jetzt auch alle die richtig krassen visuellen Upgrades hier erkennen. Im Gegensatz zum letzten Mal. Upgrade. 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 Guck dir mal überall den Ray an, der getraced wird. Wow. 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 PS5. Wow. 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 Okay. Ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal alles angelegt, was ich brauche. Let's go. Oh mein Gott. Was war das denn gerade? Was war das denn? Aber das ist dieses... Aber ich habe doch... Ist das normalerweise nicht der Fehler, der nur auftaucht, wenn das Raytracing nicht richtig aktiviert ist? So dieses leichte Ghosting, was bei der Tür gerade zu sehen war, bei der Bewegung. Ich finde das immer... Ich finde das so richtig hässlich. So richtig eklig. Einfach Raytracing wieder aus Spielen verbannen. Das ist nicht die Natürlichkeit von... Das ist nicht die natürliche Form von Spielen, Leute. Die sollten... Videospiele sollten so nicht aussehen. Wir müssen wieder zurück. We gotta take it back. Was war das genau? Ich muss in den... Ich muss in den Keller zurückgehen. Was auch so... Yeah, let's go. Backtracking, baby. Hier ist wieder alles mit Gegnern voll hier unten. Das sieht auch... Das sieht auch einfach so kacke aus. Das soll ein visuelles Upgrade sein. Den... Das sieht aus wie Nebel. What the fuck? Okay, wir rennen jetzt einfach durch. Wir ignorieren alles an Feinden, falls sie kommen sollten. Ich habe beim letzten Mal nicht umsonst alles... Hallo, Oma. Ich habe beim letzten Mal nicht umsonst alles getötet. Dass ich mich jetzt nochmal mit irgendwelchen Würstchen hier beschäftigen muss. Hallo? Jetzt kommt... Jetzt kommt die Buster, ne? Boah. Skill. Okay, das war die bestmögliche... Version, den umzubringen, wenn ich ganz ehrlich bin. Im... An... Dass es dafür keine Trophäe gibt. Das ist dafür... Da sollte es mindestens drei Trophäen für geben. Im Sprung den Headshot. Resident Evil 5 hat dafür eine Trophäe. Resident Evil 7 war so... Nee, komm, das kriegt eh keiner hin. Als ob das irgendjemand schafft, mit der Pistole... Headshot... Eben Sprung, den Gegner zu töten. Hat einfach niemand bei der Entwicklung jemals hinbekommen. Rigor Mortis. If this is his real name. Proof you're real, man. Stick your dick in it. Das ist auch in der japanischen zensierten Version. Ist das mega lustig. Hoffen wir immer noch, dass Resident Evil 2, 3, 7 Retail für PS5, Sex rauskommen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich meine, selbst Japan hat sowas nicht bekommen. Kann ich einfach wegrennen? I'm gonna run away. I'm gonna open the door and I'm gonna run away. Lass mich doch in Ruhe, du dumme Nuss. Gehe aus dem Haus, aus dem Keller raus. Wo geht's hier lang? Geradeaus und dann... Und dann links, ne? Ja. Hallo? Weil die Sache ist, ich muss halt nie wieder in den Keller rein, soweit ich mich erinnern kann. Ah, da geht's hoch. Meine, ich muss nicht mehr in den Keller hoch hier. Und in Safe-Räume können die, glaube ich, auch nicht? Nee, ne? Ja. Erstmal eine Tür zu machen, ganz wichtig. Das hatte ich alles geöffnet, das hatte ich alles geöffnet. Brauche ich den Skorpions-Key eigentlich noch für irgendwas? Meine nicht, oder? Ich glaube, alles, der Rest ist Schlange oder... Ich glaube, den kann ich weglegen. Ich glaube, der Rest ist alles Schlange oder Rabe. Ich glaube, das, den kann ich auch ablegen. Ja, ich glaube, so kann man ganz gut erstmal durchgehen. Ich meine, ich kann notfalls noch ein paar Dinger basteln, aber... Immer wenn ich Resident Evil sehe, denke ich an Asmund Gold. Aber ich sehe hier keine Blutschmiere an irgendwelchen Wänden neben Betten. Wo man sein blutiges Zahnfleisch dran abgewischt hat, anstatt zum Arzt zu gehen. Obwohl, war hier nicht... Warte, warte, der... Ich glaube, der Raven-Key konnte da eingesetzt werden, ne? Hier unten. Ich glaube, den kann ich benutzen. Croakier. Ich glaube, der war es, den ich unten gebrauchen kann. Ich glaube, in dem Raum sind jetzt wahrscheinlich auch wieder irgendwelche... Feinde hinzugekommen. Aber gucken wir einfach mal. Oder kann ich andersrum gehen? Kann ich noch den Geheimweg nutzen? Bro, gehst du mal weg? Ich glaube, es ist gerade... Hierfür jetzt einfacher. Wirklich? Oh, scheiße. Bro, lebst du immer noch? Alter, wie viel Munition? Was soll das? Wirklich? Ja, ne, komm, machen wir einfach. Da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich einfach echt keinen Bock drauf, so viel. Also dann renne ich, dann renne ich lieber durch. Bei dem einen war ich ja noch so, okay, alles klar, kann ich mitnehmen. Aber ich glaube, ich hatte nach dem Speichern den, den Schlüssel erst danach genommen, genau. Also, weil das ist dann, das ist dann für mich einfach nur Ressourcenverschwendung, so was zu machen. Einfach erst mit Gold, Blood Wall googeln. Ne, sollte man, braucht man glaube ich nicht. Wie gesagt, lass mich mal kurz nachgucken, ob ich hier lang gehen kann. Oder ob der Weg jetzt aus irgendeinem Grund gesperrt ist. Nee, ich kann noch lang gehen, okay, gut. Weil ich weiß eben nicht, ob der, auf dem anderen, weil ich meine, hier in dem Raum könnte jetzt jemand respawn sein. Aber ich weiß nicht, ob es in dem, in dem Gang auch noch jemanden gibt. Und dann wäre es eben unnötig, da. Hm. Keine Ahnung, ob da noch jemand kommen kann, aber. Ja, so ist es relativ, so ist es relativ safe. Ah, genau hier war der Grenade Launcher. Hier war das schöne Baby, okay, alles klar. Das war Gunpowder. Flame Rounds, Shotgun. Solid Fuel. Noch irgendwas. Vielleicht müsste ich nochmal irgendwie meine Microplastics essen, damit ich dann sehen kann, wo noch, ob er sich noch irgendwas versteckt hält. Oh. Ha ha. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Okay, jetzt ganz langsam. War noch irgendwas im Kühlschrank? Ich glaube, ich hatte alles geholt, ne? Ja. Lasagne haben sie auch leer gefuttert. Das finde ich echt gemein. Ich gehe mal kurz hier lang. Einfach um zu gucken. Wenn jemand kommt, kann ich, äh, kann ich ja umdrehen. Ah, okay. Hier habe ich noch. Aber ich habe auch, ich meine, ich hätte keinen, kein, äh, Lockpick zum Öffnen. Oh, es ist tatsächlich niemand hier. Ah, okay, sehr cool. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, äh, inwieweit das einen Einfluss darauf hat, welche Gegner du beim ersten Mal getötet hast. Oder ob das wie bei, beispielsweise Remake ist. Wo es ja relativ egal ist, wenn du beim, äh, also für den, äh, am Ende ja so oder so gewisse Gegner dann auftauchen. So, äh, ich glaube, den Granatwerfer brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich glaube, bis zu dem, äh, entweder bis zum Jack-Kampf oder den, äh, Kampf bei, äh, wie heißt er, bei Lucas brauche ich das, glaube ich, nicht. Ah, ne, hier, die wollte ich da hinlegen. Ich kann noch einen, das sind die drei Strong. Okay, ich habe jetzt hiervon eins. Warte mal, was kann ich damit bauen? Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, ob es irgendeinen Vorteil, hier, Neural Rounds contains a powerful poison and effects in the nervous system. Ich weiß halt nicht, was gegen welche Gegner effektiver ist, ehrlich gesagt. Das Flame Rounds. So, ob es besser wäre, äh, weil ich habe, ich meine, ich hätte Supplements. Weil für sonst kann ich die auch ehrlich gesagt nichts einsetzen, ne? Also das heißt, solange ich die, die Supplements habe, kann man es auch einfach mal nutzen, weil die, die Microplastics, die brauche ich ehrlich gesagt eh nicht. Na, dann können wir einfach mal zwei davon machen. Ich habe noch die, die Herbs. Dann kann ich einen hiervon, dann habe ich wieder drei. Äh, und dann kann ich den Rest erstmal, ich weiß nicht, wie viel, was bringt das, wenn ich einen schmatze? Äh, okay, ich bin wieder grün. Immerhin. So, den zurücklegen, den Key hier hin. Das ist die Munition. Wenn ich den Granatwerfer nicht habe, kann ich die beiden auch zurücklegen. Und Munition lasse ich auch erst einmal, bevor ich anfange, das mitzunehmen. Crank brauche ich, glaube ich, auch nicht. Gibt es noch irgendwas an Items, was ich brauche, hier oben mitzunehmen? Ich meine nicht. Ich glaube, der, ich meine ja, der Schlangenschlüssel würde, würde vollkommen ausreichen. Dass ich einmal in das Schlafzimmer und dann in das Zimmer von Lucas reinkomme. Da muss ich auf den Dachboden, wo das, wo das Tape ist. So, jetzt ist die Frage, wie gut kann ich an den beiden jetzt noch vorbeilaufen? Weil eigentlich, wenn der, vor allem wenn der, also wenn ich eh nicht beide töte, was bringt es dann großartig? Auf nur einen zu gehen. Wo kommt, okay, die folgen mir beide hier. Okay, alles klar, gut. Dann gehen wir einfach mal kurz da lang. Das ist... Bro, wie langsam du brauchst, um in diese Öffnungen, in diese Türen reinzugehen. Ich glaube, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr Freund von dem System aus. Ja, aber ihr seht das, was ich meine, ne? Du hast die Waffe hier. Und wenn ich jetzt anfange zu zielen, dann hast du diesen Ghosting-Effekt dann drüber. Äh, nee. Bin ich kein Freund von. Teleport-Oma ist wieder da. Shotgun-Shells. Nein, ich wollte nicht das Bild aufnehmen. Alter, was ist denn das für... Alter, guck dir mal das fucking Kinn an. Bro. Das ist halt aber richtiger Kanisterkopf. Das ist einfach... Der Typ sieht einfach aus wie ein Quadrat. Ein Minecraft-Charakter. Sollte eigentlich auch eckige Brillen haben. Holy shit. Wenn der Typ nach vorne umkippt, dann ist aber erstmal ein Loch im Bordstein. The same time as all other clocks. Boah, Alter, ich weiß es doch nicht mehr. Ich weiß doch nicht mehr, was die andere Zeit der anderen Uhren ist. Als ob ich darauf geachtet hätte. Yummy Lockpick. Haben wir hier drin. Nichts Besonderes. Noch... Also ich werde mit Herbs echt zugeschissen. Aber ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Chemicals. Dann... It looks like a... Happy Birthday. Äh, ist das nicht? Ach so, das ist... Ich hab... Das ist für den... Ich wollte gerade sagen, es ist nicht einfach nur der Flammenwerfer, den ich habe. Treasure Photo. Boah, Bruder. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Wo ist das denn? Wo ist das denn nochmal? Ich meine, das... Ist das hier im Haus irgendwo? Oder ist das hinten später bei Lucas in dem Gebiet? Naja, müssen wir mal kurz abspeichern. Das ist jetzt die Frage, ob ich hier... Oh, einfach durchlaufen. Wo sind sie? Sind sie unten? Die spawnen. Hier hinter dem Gang einfach. Also bevor ich versuche, irgendwelche... Uhren zu finden, gehen wir erstmal hier rein. Da ist der Alligator. Sofort drauf schießen, wie sich das gehört. It's broken. Same. You just like me. For real, for real. Oliver. Lambe. Ey. Ich hab vollkommen vergessen, dass das da war. Ich hab einfach nur gerade mal... Gerade mal geguckt. Okay, der hat den aufgenommen. Dann haben wir zwei Lockpicks. Das ist nicht verkehrt. Noch ein bisschen Microplastics. American Football. Hier ist aber nichts mehr drauf. Ich hab einfach nur aus Versehen... Ich hab einfach nur aus Versehen direkt das Richtige aufgenommen. Ja. Warte mal, was ist das hier? Nee, okay. Das ist einfach nur Inventus. Das war... Ich hab alles... Es ist aber auch ein bisschen weird, dass du das Rätsel aus Versehen lösen kannst, bevor du den Hinweis findest. Ich wusste es zum Beispiel nicht mehr, dass du an der improvisierten Lampe den Schalter findest. Ich wusste einfach nur noch, okay, du gehst hier hoch und findest eben das Tape und so ein Kram. Toy-Ex. Habe ich noch genügend Platz dafür? Oh, gerade so. Gerade so. Oh Gott, warte. So? Nee. So? Oder andersrum? Ah, nee. Doch andersrum dann. So. Wäre das jetzt schon? Nee. Ja, okay. Siehst du, safe. Ich würde mal wirklich gerne wissen, wie funktioniert das eigentlich, so von der Technik her? Woran erkennt das Bild, dass es richtig angestrahlt wird? Kikar und Luke kann ich nicht aufnehmen. Hervorragend. Vielen Dank dafür. Inventory 2 Woke can't take with me. Wooden Moll of a Shotgun can be used as a weapon. Brauche ich die für irgendwas? Weiß ich gar nicht mehr, ich kann es auf jeden Fall nicht ablegen, ja. Also muss ich nachher nochmal hierher. Hervorragend. Hervorragend. Ja, super. Kannst du einfach die Keycard nicht mitnehmen, weil zu viele Scheiß-Items hier rumliegen. Ich war gerade, ich war ja gerade eben erst im, an der, äh, am Inventar dran. Also die Frage ist, wenn ich jetzt hier reingehe, stehen jetzt die Gegner wieder da. Wo sind die Motherfucker? Die despawned? Nein. Nein, die sind... Okay, ich glaube da, ich glaube da habe ich irgendwas gehört. Aber die hatten da einen kompletten Reset, oder wie ist das? Denn es ist ja wirklich einfach nur komplette Munitionsverschwendung, da, äh, da was zu benutzen. Okay, du kommst zurück. Das Tape kann ich, äh, das... Musst du eigentlich das, das Birthday-Tape benutzen? Braucht man das unbedingt, oder kann ich, oder kann ich, äh, so, oder kann ich auch einfach das so ausprobieren? Weitermachen, ich habe keine Ahnung. Ich meine, das, das kann ich auch notfalls im, im Trailer benutzen. Microplastics kann ich wegpacken. Damit kann ich gleich was aufmachen. Das kann ich wegpacken, das kann ich wegpacken. Okay, gut. Peter Griffin. Richtige Kinnklöten. Er war so ein Ding, wirklich. Das ist das Cape-Room-Puzzle. Let's go, Shotgun-Shells. Oh, das hat sich doch gelohnt. Wie viel habe ich denn jetzt? 35. Oh. Also, ich finde, mit 35, mit 35 Shotgun-Shells kann man sich schon ganz gut fühlen. Da kann ich mich schon relativ sicher fühlen. Das Lustige wäre, wenn jetzt wirklich keine Gegner mehr hier wären. Aber ich glaube, es sind noch, ja, hier sind noch welche, okay. Frage ist, kommen die dann komplett hier runter? Lol. Einfach ausgedribbelt. Einfach ausgedribbelt. Weil ich glaube, die kommen nämlich wirklich nicht durch die Türen hier durch. Und das heißt, wenn du jetzt hier rausgehst, vielleicht habe ich jetzt wieder Glück, dass sie, dass sie die spawnen. Und dann, weil, wenn ich von oben hier reinkomme, dann stehen sie nirgendwo da. Und wenn ich von unten komme, dann, dann stehen sie oben auf dem Gang. Es ist wirklich seltsam. So, Keycard. Die Frage ist jetzt nur, äh, wo ich noch ne Uhr finde. Also, ich weiß, dass ich ne Uhr hinten bei, bei Jack finde. Im Wohnzimmer müsste noch die Grandfather-Clock sein. Das heißt, wenn die Gegner jetzt wieder so seltsam, äh, die spawned sind, könnte ich runtergehen. Ich kann aber auch gerade mal hier oben gucken. Ich meine, ist hier einer? Ne, ne? Aber es kann nämlich auch sein, dass, dass hier Gegner sind. Das ist so die... Weil an sich habe ich ja beim letzten Mal schon alles geholt. Irgendjemand? Ne, hier ist nur der Fernseher. Ich habe nur wirklich keine Ahnung mehr, ob noch irgendwo Uhren da sind. Oder, oh, was machst du denn? Okay, ist einfach nur... Pretty cool. Okay, was ist das? Das ist viertel nach... Ist das viertel nach zehn? Ja, viertel nach zehn, ne? Ja. Viertel nach zehn. Die... Wir wollen irgendeinen brutalen Film ab 16 gucken. Danach haben die die Uhrzeiten mir gestellt. Wir wollen die zensierte Version von Scream gucken. Äh, ne, andersrum. Ich bin ziemlich blöd. Kann ich das eigentlich auch schneller machen? Okay, warte mal. Das ist zehn und dann... Ja. Alter, ist das Ding laut. Aber ich würde davon auch morgens nicht wach werden. Das ist teilweise... Ich habe wirklich... Manchmal habe ich so vier, fünf Wecker an. Und die sind so laut, dass theoretisch das komplette Haus, dass Leute auf der Straße das hören sollten. Und ich kriege... Also wenn ich richtig weg bin, dann kriege ich davon nichts mit. Gar nichts. Dann stehe ich irgendwann... Dann stehe ich irgendwann auf und bin so... Oh, sind die Wecker nicht gelaufen? So, doch. Ich habe nur nichts davon gehört. Wenn ich richtig... Ich würde literally durch Erdbeben durchschlafen. Das wäre überhaupt kein Problem. So, die könnten irgendwelche Flieger vorbeikommen, die Bomben droppen. Ich würde da wahrscheinlich durchschlafen. So, ich glaube, selbst wenn ein Haus... Wenn so ein Baum in unser Schlafzimmer reinbricht, nachts. Kein Problem. Einfach durchgepennt. Okay, aber die Frage ist, ich kann jetzt nicht wieder zurückgehen, ne? Oder? Oder kann ich oben wieder raus? Weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock nochmal durch den Keller zu gehen. No! Open it! Nein! Ich bin auch beim letzten Mal schon an allen Gegnern vorbeigelaufen. Jetzt sind da immer noch welche. Ja, es ist ein bisschen lame, dass ich das Spiel so hier in dem Part... Du hast ja nicht wirklich viel, was du noch großartig untersuchst. So ist... Vor allem, dass es dich dann zweimal hintereinander durch den Keller routet. Ist schon etwas... Versuch's mal hier lang. Der wird wahrscheinlich auch ein Gegner sein. Versuch's mal, ob ich an dem vorbeilaufen kann. Aber ich glaube... Oh, hier sind noch welche. Ist hinter mir auch einer? Oh ja, hinter mir ist auch einer. Bro. Ich weiß gar nicht mehr. Das ist doch... Es waren einfach vier Gegner um mich rum. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Einfach im Schubskreis festgesteckt. Oh, okay. Zum Glück war hier ein Checkpoint. Oh, lol. Okay, warte. Ich versuch mal mit der... Ich gehe einfach links lang jetzt. Das war einfach echt Schubskreis. Vor allem, du hast auch nichts mehr gesehen, ehrlich gesagt. Hier, gehen wir mal kurz. Hier habe ich mich am letzten Mal durchgemogelt. Ja. Ja, das ist die... Das ist die bessere... Das ist der bessere Weg. Okay, wir gehen mal kurz hier rein. Weil das ist der Safe Room. Da habe ich jetzt abspeicher. Notfalls kann ich nochmal neu laden. Dann müssten die eigentlich... Dann müssten die eigentlich die spawnen. So, weil jetzt kann ich reinlaufen und du musst... Ich habe im Haus eigentlich alles geholt, oder? Oh, warte. Ist hier noch... Ne, das ist die... Das ist die Kiste. Das ist Safe Room. Safe Room. Weil ich meine, ich habe wirklich 100% der Sachen hier geholt. Ja. Ja, weil das... Jetzt musst du nämlich auch nie wieder ins Haus gehen. Oh, ich habe den... Den Ammo-Type. Okay. Aber ich... Habe ich die irgendwann? Habe ich die... Ach, die habe ich unten im Keller gerade gefunden. Okay. Werde ich jetzt noch angegriffen, während die hinter mir stehen? Das wäre lustig. Maxi, vielen Dank für das Prime-Abo. Ja, ich bin... Ich bin mal gespannt, was wir mit Neuen machen. Ich weiß nicht, ob sie das in der First-Person lassen, weil es wäre halt auch eine... Es wäre eine einfache Möglichkeit, die Neuen Spiele von den Remakes zu trennen. Ne, dass du dann auch vielleicht dadurch ein bisschen Abwechslung gibst. Auch den Teams. Und dass du sagst, ja, modernes Resi ist First-Person und... Oh, I forgot. I forgot about this. Ich glaube, das wäre vielleicht ganz gut, den fertig zu machen, oder? Ja. Sehr schön. Nice. Die nehmen gar nicht so viel Schaden. Also, die stecken gar nicht so viel ein. Aber auch da lohnt es sich eben, relativ früh viel gemacht zu haben. Okay, gut. Das heißt, ich brauche die beiden Keycards. Die habe ich. Die kann ich, glaube ich, erstmal wegpacken. Die kann ich erstmal wegpacken. Ich glaube, das Ding kann ich kurz mal schmatzen. Das Ding wegpacken. Ich glaube... Ja, ne, wird eigentlich... Kann ich später was draus machen. Die beiden Keycards, die kommen jetzt. Die benutze ich jetzt eh am Eingang. Ich lasse mal kurz den Lockpick drin, falls ich an irgendwas vorbeilaufe. Weil ansonsten habe ich genug Munition. Ich glaube, das Snake-Ding kann ich wegpacken. Ich meine... Keine Ahnung, ob da was drin ist. Das Tape können wir einfach mal abspielen. Ich glaube, die gibt es noch alle für... Ne, das war mir. Hatten wir. Wir brauchen ein Birthday-Tape. Es kann sein, dass die... Ich weiß nicht mehr, ob du für alle einen Erfolg bekommst. Keine Ahnung. Dann können wir einfach mal gerade das Birthday-Tape machen, damit wir die Sachen hintereinander machen. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Reihenfolge noch kenne. Von dem Rätsel. Ich fand das eigentlich ganz cool. Ich fand das eigentlich ganz cool. Das ist halt nur das Problem, dass wenn du das Tape jetzt anguckst, dann musst du es bei Ethan nochmal genau den gleichen Scheiß machen. Das wäre irgendwie cooler gewesen, wenn der Kniff sich weiter vorne befindet und du nicht irgendwie nochmal das ganze Rätsel machen müsstest. Alter, hast du... Ich glaube, das wäre auch irgendein... Ich weiß nicht, ob ich das Lust habe, als... ein Zwischentier... ein Zwischenziel zu machen. Ich habe keine Ahnung, ob ich eines der Multiplayer-Titel spielen möchte. Also der kompetitiven Multiplayer-Titel. Ich meine, Reverse und, ähm... Reverse und... Resistance habe ich noch nie gespielt. Ich habe ein paar Sekunden... Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde... Umbrella Core gespielt. Der hatte, glaube ich, nachher einen Jumpscare, ne? War das nicht... War das nicht irgendwie so? Dass wenn du... Also das ist auf jeden Fall... Ich meine, das fand ich ganz cool, dass er... Dann dir den... Den Arm irgendwie... Ich meine, keine Ahnung, wie... Lucas das geschafft hat, so zu programmieren. Dass es genauso funktioniert. Ne? Dass das Ding exakt da hingreift, wo dein Arm irgendwie ist. Aber das finde ich ganz geil, dass er dir dann eine Lösung auf den... Dem Arm schreibt mit dem Füller. So da reinritzt. Das ist auf jeden Fall ganz cool. So, wie war das noch? Wie war das noch? Genau, da brauchtest du... Den Ballon drüber. Der platzt und dann ist auch eine Nadel da drin. Das war eigentlich ganz... Ganz schön... Es sind ein paar... Ich muss sagen, hier sind auf jeden Fall ein paar coole Ideen drin gewesen. Ich weiß nur gerade nicht mehr die... Die richtige Reihenfolge. Sollte ich das nicht damit verbrennen können eigentlich? Naja. Hier war, glaube ich, das Öl drin, ne? Ich weiß gar nicht, wenn... Kannst du... Ist das predetermined? Die Kombination? Oder musst du das Rätsel jedes Mal so weit machen, bis du siehst? Ich meine, Lukas ist der Einzige, der... Also ich meine, der Virus hat einen Effekt auf ihn, weil er sonst seinen Arm nicht wieder dran packen könnte. Aber er ist der Einzige, der bei Bewusstsein ist. Einfach draufpacken, Rätsel gelöst. The candle isn't lit. Wow. Äh, das war hier am Herd, ne? Ja, genau. Kann ich das jetzt, das Seil trennen? Weil das ist nämlich zum Beispiel auch... Ja. Das ist zum Beispiel auch ruiert, dass du das nicht machen kannst, bevor du nicht einmal... ...gesehen hast, dass du... Äh, da... Äh, das... Dass das Wasser die Kerze ausmacht. Genau, das ist der Ballon. Und dann kann ich den Ballon hier an der Stelle einsetzen. Und jetzt kriege ich die Nadeln ab. Das ist eigentlich schon ganz geil. Mein Idiot ist auch davor stehen geblieben. Mal ganz ehrlich, vor allem... Vor allem hättest du das auch da drin spüren sollen. Ehrlich gesagt. Weil das muss ja im Ballon drin gewesen sein, der Kram. Das heißt, theoretisch... Theoretisch hätte er das spüren... Also er hätte das eigentlich so im Ballon spüren müssen, dass da was drin ist. Also that's on you, buddy. Ah, stimmt. Genau, das war dann der... Das war der Finger aus der... Aus der Demo-Version. Auch seltsam, dass die den Finger in die Demo-Version reingepackt haben, wenn das nur hier vorkommt. Äh, gab's noch irgendwas anderes, was ich machen konnte hier in dem Raum? Ja, genau. Und hier lässt es... Genau, und das ist dann so, das lässt es dich dann nicht machen. So, du musst... Selbst wenn du das Passwort weißt... Der Charakter muss das Passwort herausfinden. Das sind eben auch so Sachen, die ich nicht wirklich... Also die ich nicht wirklich... Äh... Nicht wirklich mag, befürworte. Hier musstest du, glaube ich, durch irgendwie... Das... Das Teil durchgucken. Was konnte ich denn ansonsten noch mit dem Stift alleine machen? Dann mal den Winding Key. Das war dann für die... Für die Puppe, ne? Das sind fit. Ja, it can't behold properly. Natürlich nicht. Oh, das ist die... Mh... Yummy! Einfach reingreifen. Das soll aber der... Das soll aber der Kameramann sein, den du spielst, ne? Meine ich. No water is coming out. Äh, wie war das noch? Das war ganz geil, ne? Du musstest das... Ja, genau. Du musstest... Du musstest damit durch das Wasser laufen. Ich glaube, während du es rausholst... Lass mal kurz gucken. Oder ist es jetzt auch sauber? Ich sehe es gerade nicht auf. Oh, fucking niemand gelaufen. Weil das, muss ich sagen, das finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Rätsel. Dass du das aktiviert haben musst, um es... Äh, äh... Um es nutzen zu können. Genau, das sind jetzt die... Okay, was haben wir? News. Grab und dann Baby. Alles klar. Das war hier hinten dran. Äh... Das... Grab und... Bebe! Oh, ich bin der Puzzlemeister, Leute. Ich glaube, die anzünden... War es das? Das ist so... Das ist wieder so ganz komisch, wenn du... So... Versatzstücke in der Gedanken hast. Das ist genau das gleiche, als ich das letzte Mal im Livestream eine Waffe mit Fluch durchgespielt habe. Und... Äh... Äh... Auch mit Lena. Und dann wir so ungefähr eigentlich fast immer alles wussten, was gemacht wird. So... Oh, das ist eigentlich... Das ist das, was du... Was du machen wirst. Aber dann haben dir gewisse Schritte gefehlt. So, du... Du kennst diese ganzen Endpunkte, was du machst. Aber dir fehlen dann manchmal in der Logikkette so zwei, drei Schritte, die du nicht mehr weißt. Und dann sitzt du da vorne und denkst dir so, nee, ich muss doch eigentlich das machen und das machen. Und dann hast du es dann vergessen. Ich glaube, jetzt kam der Jumpscare, ne? Wenn du das Ding dann da hinpackst und dann ist er so... Genau, du ziehst das auf und jetzt greift er dir deinen Arm. Hast du eigentlich den Skandal von Deck9? Ich habe das heute im Podcast besprochen. Ich habe das... Ich habe das heute im... äh... im Podcast besprochen, das... das Thema. Das ist... Das muss ich sagen, das finde ich ziemlich geil. Als so eine Saw-Falle. Vor allem, was ich, äh, absurd fand aus dem Artikel, war eben auch, äh, dass einerseits Square Enix nicht wollte, dass Life is Strange als irgendwie das Gay-Game gilt. So, und nachdem dann... nachdem es dann rausgekommen ist und, äh, ne, auch dass in der Promotion sie sehr viele von diesen Thematiken rausgelassen haben und haben das nicht erwähnt. Und nachdem es dann von der Presse positiv aufgefasst wurde, dann war es so, ja, jetzt benutzen wir das auch in den ganzen... äh, in der ganzen Kommunikation, nachdem wir gesehen haben, dass die Leute das mögen. Und eben auch, dass, äh, der Creative Director, äh, also nicht einfach nur ein unfassbares Arschloch war, sondern auch dafür gesorgt hat, dass, äh, ne, dass du... dass er sich einfach bei so vielen Themen beim... gegen das Team quergestellt hat. dass irgendwie... äh, ne, sie... an einer Stelle sollte irgendwie ein Charakter in den... den... den Wald, äh, gezogen werden oder so. Und dann war ja so, ja, alles klar, die geben dann der... der Person so eine Date-Rape... äh, Date-Rape-Drug. Und dann mussten über drei Stunden lang in einem Meeting musste ihm erklärt werden vom... vom Team, warum das nicht so cool wäre. Ah, wir müssen doch auch schwierige Themen aufgreifen können. Ja, okay, sagst du irgendwas darüber aus oder willst du einfach nur, äh, willst du einfach nur so ein bisschen, ein bisschen plakativ Shock-Value irgendwie reinbringen? Ja, also das war... Das ist auch eine richtig, eine richtig gute, ähm, Zusammenfassung der ganzen Dinge, die da wohl schiefgelaufen sind. Und es zeigt auch mal wieder, dass es nur... Du brauchst nur ganz wenige Personen davon. Das muss... Das muss bei weitem nicht der... der Großteil der... der Leute sein. Das reicht wirklich, wenn das... wenn das ganz wenige Leute sind. Ne, du brauchst halt... Du brauchst an sich nur eine... eine Person in einer höheren Position und schon kann der... kann der ganze Scheiß blockiert werden. Ja, wie war das nochmal auch bei dieser Investigation von Ubisoft, wo es dieses... dieser eine Idiot war, der auch natürlich wegen, ähm, sexueller Belästigung angeklagt wurde, äh, dass... dass so quasi die eine Person dafür zuständig war, dass alle Spiele sich gleich angefühlt haben. Weil keine anderen Sachen genehmigt wurden, sondern nur das. Das ist halt echt insane. Ich glaube, du kannst jetzt hier auch nicht... Okay. It won't stop coming out. Ja, genau. Du kannst jetzt hier auch nicht irgendwie das Rätsel... Du kannst dann nicht irgendwie anders rauskommen. Ja, das Team zu folgen... Die Sache ist ja, das ist ja das Problem an so Machtstrukturen. Das ist ja gerade das Ganze. Das Problem bei... bei solchen Systemen ist, dass du... Oh no! The door! Dass du bei sowas nicht... Du brauchst dann nicht viele Leute, die dir irgendwie im Weg stehen. Die Leute müssen nur in den richtigen Positionen sein. Ich habe es vor kurzem nachgeholt und alle Ballons kaputt gemacht in Erwartung einer Trophäe. Ich wurde sehr enttäuscht. Ich hätte... Ich hätte da definitiv eine Trophäe für eingebaut. Einfach um die Leute... A, Leute wie mich... Wie dich und mich zu befriedigen, weil ich das beim ersten Mal nämlich genauso getan habe. Und um die anderen Leuten, die nicht so sind, zu ärgern. Der Schimmelmann. Am seltsamsten fand ich Ethan noch im DLC zu Resident Evil 8. Der Rose DLC. Das war... Das war auch sehr wild. Ich speichere mal kurz ab und dann gehe ich einmal ganz, ganz schnell kurz pinkeln. Weil ich habe nämlich gerade leckeren Holy Zitroneneistee getrunken die ganze Zeit. Beziehungsweise gerade jetzt noch ausgeschlürft. Ey, der ist echt gut. Holy shit. Das war... Best End... Ne? Vorher der Pfirsicheistee. Das war schon... Und jetzt gibt es Pfirsich und Zitrone. Perfekt. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Na, die anderen Sorten auch alle super. Aber mehr als Zitrone. Da bin ich basic. Das ist genau so. Gib mir einfach Vanilleeis und ich bin zufrieden. Also gib mir gutes Vanilleeis. Aber bei Eistier wirklich. Gib mir Zitrone und Pfirsich und ich bin glücklich. So. Dann auch nur für die Leute, die hier dazukommen. Und dann mache ich gerade mal... Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu laut. Deswegen schiebe ich mal lieber ein bisschen runter. Megashow. Wer kennt sie nicht? Moldman is on the case. Nimmst du eigentlich Leitungswasser oder kaufst du extra aus der Flasche zum Mixen? Ich nehme Leitungswasser. Ganz normal. Ganz normal Leitungswasser. Ich habe... Wie ich das mache, ich habe immer so drei, vier Shaker in Rotation, die ich mit Leitungswasser fülle und dann in den Kühlschrank stelle. So. Ja, du kannst auch die Eiswürfel nutzen. Das ist ja an sich, wie es ja auch promotet wird. Ist auch nicht verkehrt. Ich finde es nur anstrengender. Es dauert halt länger. So A, muss ich noch Eiswürfel parat machen. Ich muss den Platz im Gefrierer wegnehmen. Dann muss ich noch in den Gefrierer greifen und Eiswürfel rausholen. Und dann bin ich so, nee komm, dann stelle einfach lieber das Wasser vorher kalt und dann kann ich mir halt schön eiskaltes Wasser aus dem Kühlschrank nehmen und das dann zusammen mixen. Ich glaube, der Vorteil ist halt nur, wenn du es mit den Eiswürfeln machst, mit warmem, oder was heißt warmem, mit lauwarmem Wasser vermischt sich natürlich das Pulver ein bisschen besser. Aber dann schüttel ich einfach ein paar Mal mehr. Kann ich ja eh ganz gut. Langjährige Erfahrung. Von daher. So, ich muss mal gucken, ist hier noch irgendeiner von den, von den Vierbeinern? Alles klar Leute. Sag ab in den Club hier. Das Gute ist zumindest, dass die Farben der Karten im Inventar war. Aber ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche, welche Form, gibt es Farben, so eine farblende Form, wo du Probleme hättest, diese beiden Töne auseinander zu halten? Ich hatte das nämlich gerade erst wieder, dass ich das Bugshot Roulette gespielt habe und dann habe ich auch im Steam Forum gesehen, dass Leute, wenn du Farbenwind bist, kannst du teilweise nicht unterscheiden, ob die, ob die Hülse leer aus, also ob die rot oder so, äh, ein bisschen helles Blau hat oder dunkel Blau hat. Und du kannst dann nicht unterscheiden, was, was das irgendwie ist. Na, da denkst du halt auch, glaube ich, nicht drüber nach. Deswegen ist es immer, immer ganz wichtig, irgendwie einfach mal Leute zu, na, irgendwie so auch Playtester zu haben, die, die Farbenblind sind oder irgendwelche anderen Einschränkungen haben. Weil ansonsten kriegst du es, kriegst du es sehr schwer raus, das im Vorfeld perfekt anzupassen. Oder halt immer extra mit Symbolen arbeiten. Das ist auch ganz gut. Dass du sowohl Farben als auch Symbole hast, dann kannst du es mit, mit beiden unterscheiden. Ja, das, das, natürlich, das habe ich ja gemeint. Jahrelange Wii-Ferm, Wii-Mode-Erfahrung, was denn sonst? Das ist ein christlicher Haushalt. Ich bewerte, ich, also ich mache jetzt erst mal nur die, nur die Hauptspiele. So, Ethan Mastai habe ich selber noch nie gemacht. Das wäre definitiv auch ein, äh, ein Zwischenziel, damit ich mich da durchquäle. Aber ich, ähm, ich bleibe jetzt bei den, bei den Hauptspiele. Ich glaube, das Einzige, was wir, ich müsste mal gucken, ob ich, ob ich noch den, aber die Sache ist, es ist dann auch einfacher, die Hauptspiele an sich zu bewerten, glaube ich, vor allem für die Tierliste. Das wäre dann vielleicht nochmal so, so separate Bewertungen von den DLCs. Weil hier hast du halt den Not-A-Hero-DLC und du hast den, das End-of-Zoe-Ding. Und das ist dann, finde ich, dann schwer in der Haupt, in der Hauptbehandlung, also in das Hauptspiel mit einfließen zu lassen. Vor allem, wenn die DLCs stark unterschiedlich sind. So, du spielst ja, du spielst ja andere Personen, du hast, du hast ja bei, bei End-of-Zoe, hast du ja wirklich so ein Nahkampfsystem dann noch. Und auch mit Chris hast du, äh, einen höheren Fokus, glaube ich, auch auf Parrys, die du ausführen kannst. Yummy! Was haben wir hier? Das war, das waren, glaube ich, ich fände es halt gut, wenn ich, wenn ich selber bestimmen könnte, ob ich eine, ob ich die Taschenlampe ein- oder ausmache. Das finde ich immer besser, als das dem Spiel zu überlassen. Nee, hier entscheiden wir uns, dass du Licht haben darfst und hier, da musst du ohne durchkommen. Ich weiß gar nicht mehr, konnte ich die deaktivieren? Ah, glaube nicht. End-Gun-Ammunition. Oh! Nehmen wir mal zum Beispiel, hier würde ich jetzt schon eher sagen, hey, gib mir doch ne, gib mir ne Taschenlampe, damit ich sehen kann, ob zum Beispiel irgendwo ein Gegenstand hier ist. Weil ich das ja nirgends, Limbo, äh, nirgends erkennen kann. Na, das heißt, ich muss mich jetzt hier so am Rand entlangtasten, dafür. Komm ich da drunter her? Bin ich da klein genug? Boah, Janneke könnte, ah ne, da war noch ein anderer. Ich hab's gerade erst gesehen, lol. Das war, das war ehrlich gesagt kaum, ne, ich hab da keine Lust dafür, was zu verlieren. Ähm, ich hab das gar nicht, ich hab das gar nicht richtig gesehen, dass da ein Faden war. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt, naja, hier war das, genau, hier war das Herb. Da hätte ich ehrlich gesagt gerne den Vergleich zum, äh, zu den, vielleicht kann ich nochmal, warte mal, kann ich das Menü ausmachen? Display. Das ist bei Graphics wahrscheinlich, ne, Raytracing. Ah, nur im Hauptmenü, okay. Nur im Hauptmenü. Weil das ist nämlich so ein, uuuh, auch so eine Sache, ob dann die, äh, leichter angezeigt werden können. Hier war noch was, genau, und das war's. Aber ich meine, hier lag nichts. Ich glaube, da an der Seite auch nicht. Ne. Ah, da, das ist er, ne? Ja, den hab ich gerade eben gar nicht, gar nicht richtig gesehen. Aber, glaube ich da überhaupt durch? Das ist ja first person sowieso. Normalerweise würde ich sagen, ich kann mich hier einfach durchmogeln. Aber scheinbar geht das nicht. Lass mal kurz gucken. Ethan, du fettes Stück Scheiße. Kannst du wieder drunter durchgehen? Ja, hervorragend. Welches hab ich denn? Welchen habe ich, welchen zum Teufel hab ich denn da getriggert? Ist da noch irgendein, ich dachte, ich wär, ich dachte, ich wär beim letzten Mal dann in das, in das Kabel reingelaufen, was ich nicht gesehen habe. Das ist halt das Problem, wenn du es aus einer, aus einer first person hast und dann nicht richtig, na, weil, von, von dem ich da lang gelaufen bin, war ich doch unter dem Teil. Ich kann's ja nicht sehen. Das ist immer das Problem, sowas dann, äh, first person einzubauen. Ja, ich komm an die, ich, ich sollte da aber nicht an die horizontale, ehrlich gesagt, drankommen, ne? Weil, warte mal, lass mich mal ganz in die Ecke gehen. Oh. Naja. Naja, okay, gut. Ich glaub, deswegen liegt da hinten die Pistolmunition wahrscheinlich. Liegt da noch irgendwas? Naja. Also, ich finde, da hätt ich eigentlich drunter durchgekonnt. So, wir gehen mal direkt, ich weiß nicht mal, war hier irgend, das ist viel zu auffällig. Ja, okay. Einfach vollkommen paranoid. Ich kann sowas nicht. Ich kann sowas nicht. Wenn ich weiß, wenn ich weiß, ne komm, einfach nochmal schnell durchrennen und dann hast du keinen Schaden genommen, dann muss ich immer neu starten. Das ist der, das ist der Grund, warum ich für, gerade für Survival-Horrorspiele einfach immer so viel länger brauche bei dem ersten Durchgang. Weil ich mir jedes Mal denke, nee komm, da kannst du, da kannst du Ressourcen sparen. Deswegen hat mein erster Durchgang von Signales auch, glaube ich, so an die, ich glaube, 10, 12 Stunden gedauert. Boah, ich hatte die ganze Zeit auch genügend Ressourcen dabei. Aber das ist jedes Mal so. So, ich hätte das, was ich am Ende an, ich hätte, ich hätte theoretisch so 4, 5, hier ist aber nichts, was irgendwie, ich meine, ich kann eh nichts sehen. Ich hätte mein, mein komplettes Inventar fünfmal füllen können mit dem, was ich, was ich hatte in der Kiste. Aber es ist trotzdem so, naja, wenn du irgendwie besser durchkommen kannst. Okay, das scheint, da kam ich da, an der Seite dran. Okay, das sollte aber auch nicht funktionieren. Das war aber nur die. Das sollte jetzt, ich wollte gerade sagen, oder? Das wäre auch ehrlich da ziemlich scheiße gewesen. Ich mache es sicherheitshalber, aber sonst, ich sehe das schon kommen, dass ich da reinlaufe. Ich sehe das einfach schon kommen, dass ich in die Kiste dran gehe und dann mich umdrehe zur Seite und laufe ich rein. Das wäre auch easy, wie ich im echten Leben sterben würde. Selbst wenn ich da wüsste, da ist was, dann laufe ich da rein. Deswegen werfe ich auch, ich werfe so schnell immer alle möglichen Sachen um. Ja, komm, lass einfach erst mal. Lass einfach erst mal. Das ist, glaube ich, das sind auch die Geräusche aus Resident Evil 1, die jetzt hier kommen an dem Gerät dann, ne? Was war das? 0, 0, 8, 1, 4? Ne, 0, 6, 2, 1. Ah, 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 ah. Ich glaube, ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, eine Falle, ich bin gar nicht mehr sicher. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt kam. Ja, genau, das war's. Er fällt aber nicht mehr zurück. Okay, das ist eigentlich eine ganz, das ist eigentlich eine ganz gute Falle, bin ich ehrlich. Gab's irgendwelche, warte mal, dass du nah genug dran gehst? Ob du da irgendein, warte mal, ich gehe an die andere mal dran, die hinten lag. Ob du das aus dem, weil es muss ja irgendein, es muss ja an sich irgendein Tell geben, ne? Du kannst ja nicht sagen, hey. Nee, aber hier höre ich ehrlich gesagt auch nichts. Gab's eine Möglichkeit, rauszufinden, ob da eine Bombe drin war? Oder ist es reines Raten? Alter, Alter, du gehst, du gehst davon aus, dass Ethan irgendwie intelligent wäre. Ethan macht einfach immer das Dümmste, was du jederzeit machen kannst. Aber ich meine, was soll der, was soll der Schimmelkopf ansonsten auch schon tun? Ich hasse einfach nur, wie sich das nach Verschwendung anfühlt. Bei dem zweiten durch... Oh! Gerade noch so gesehen. Gerade noch so gesehen. Aber es war knapp. Okay, wo kommst du auf einmal her? Lässt du das? Uncool. Richtig uncool. Ich habe gerade, ich habe so kurz hier reingeguckt, niemanden gesehen. Hier in die Tür rein. Das einfach nur mitbekommen. Jetzt muss ich noch mal kurz nachgucken. Der ist hier. Und da ist noch einer am... Werde ich jetzt gleich wieder getroffen, wenn ich da langgehe? Okay. Werde hier, glaube ich, aufstehen, ja. Eigentlich auch. Das kann noch keine Falle sein, jetzt, oder? Fuck off! Ich habe es so gemacht, weil ich dachte, okay, wenn es eine Falle ist, dann ist es lustiger. Wenn es eine Falle ist, dann ist es so wesentlich lustiger. I did it for the content. Das kann ich dann so kaputt machen. Weil die Sache... Vor allem, du kannst den Bastard nicht da reinlocken, ne? Weil er ja zu niedrig ist. Das heißt, der muss jetzt aber hier rauskommen, irgendwo. No! Der spawnt hinter dir! Was für eine Arschbacke! Ich dachte, der wäre aus dem... aus der Halle rausgekommen. Okay, der spawnt einfach literally hinter dir. Super. Love it. Das Ding. Das Ding. Und dann da durch und dann umdrehen. Du musst auch kurz einen Moment warten, wenn du aus dem Sprint rauskommst. Keine Ahnung, warum der jetzt mehr... Ne, machen wir nochmal. Da habe ich keinen Bock. Es kann nicht sein, dass ich ihn eben mit drei Schüssen erledigt habe und jetzt irgendwie 20 dafür brauche. Das mache ich nicht mit. Das tue ich mir nicht an. Jetzt nochmal. Ja, das war wenigstens ein Headshot. Alles klar. Komm schon, Ethan. So, das heißt, das bringt mir dann eh nix. Oder ist hier unten was? Ah, Steroids. Ja. Sehr schön. Yay. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Da, da stand ich aber fast drin, mein Lieber. Okay, kommt jetzt wieder jemand hinter mir, oder? Ne, du bist da. Gehst du auf? Da hinten kommt der nächste Bastard. Ich gehe einfach schnell hier mal weiter. Dann mal nachladen. Das Ding kurz nachladen. Jetzt haben wir noch so eine. Lieber einfach, wenn ein Spiel kein Trefferfeedback hat. Alter, guck dir das mal an. Das war jetzt, das war jetzt vier Gegner. Und meine komplette Muniz, meine komplette Pistole Munition ist weg. Einfach wie viel Schaden diese Bastarde fressen. Unerhört. Unerhört. Unerhört sowas. Oh, okay, warte, lass mal, ich habe die erweiterte Munition, die verbesserte Munition. Ich will die mal kurz mitnehmen und ich kann notfalls noch welche, ich kann notfalls noch andere machen. Habe ich rotes? Ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich, nee, ich nehme das Rote halt einfach lieber für, weiß ich, ich habe das Solid Fuel, dann kann ich das Rote benutzen, um daraus Munition für den, für den Granatwerfer zu machen. Dann machen wir lieber einmal. Machen wir lieber einmal so. Nee, ich bleib erstmal bei der normalen und dann gehe ich auf die Enhanced Truppe, oder? Ja, ich will, weil Enhanced kann ich dann immer noch für später, wäre es glaube ich ein bisschen besser. Wie gesagt, für den Bosskampf, für diesen Mini-Bosskampf, wohl ich wahrscheinlich wirklich besser die, den Granatwerfer. Ich weiß halt nicht, was gegen die besser ist, die Säure- oder die Flammendinger. Da habe ich keine Ahnung. Ich nehme mal an, eins von beiden wird garantiert besser sein, aber keine Ahnung was. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade aufgenommen habe, weil es einfach viel zu dunkel ist. Das meine ich mit, lass mich lieber selber entscheiden, ob ich eine Taschenlampe ein- und ausmache. Weil dann kann ich nämlich in solchen Situationen darüber bestimmen. Weil ich hatte das Problem definitiv nicht, als ich beim letzten Mal Raytracing ausgeschaltet habe. Okay, wie war das noch? Sind die jetzt direkt, die kommen glaube ich aus dem Aufzug, ne? Die kommen glaube ich da raus. Ich weiß nicht mehr, ob ich irgendwas triggern musste. Okay, aber notfalls habe ich die Sachen hier, okay. Shotgun. Ich glaube ansonsten ist hier nichts, ne? Naja. Das gibt eine Anzeige. Wunderschönen guten Abend, ebenfalls. Björn in seinem natürlichen Habitat Kuhstall. Warum? Ich meine, ich komme vom Dorf, aber warum ist das mein, warum ist das mein natürliches Habitat? Den lege ich einfach mal kurz ab. Das muss man mir dann doch noch irgendwie erklären. So, wir nehmen mal den Granate, den Granate, den Granate Launcher, den nehmen wir mal kurz mit. Und dann mache ich mir, machen wir einfach mal die Flame Rounds. Machen wir mal Flame Rounds. Und dann kann ich hier noch welche basteln. Noch die Neuro Rounds mitnehmen. Sind sie denn? Warte mal, das kann ich noch machen. Das kann ich hier mit verbinden. Und hier ist halt Fuel. Dann kann ich nämlich hier welche machen. Und das kann ich kombinieren Dormit. Und dann kriege ich nämlich meine, meine schönen Camp-Fuels hier. Und die Microplastics, die kann ich dann wieder weglegen. Das auch. Dann habe ich die beiden. Notfalls kann ich noch Pistole, Munition oder Heilgegenstände verwenden. Das ist doch nicht verkehrt. Drei Gunpowder, two Herbs. Wie viel Camp-Fluid habe ich? Eins, zwei, drei, vier. Kann ich sogar fast alles, kann ich sogar fast alles verbrauchen damit. Komm, wir machen mal, glaube ich, einen. Komm, einen können wir machen. Na, also Treat, einen können wir machen. Na, gucken wir mal. Ne, ich mache immer nur über den, weißt du, wir müssen hier richtige Entscheidungen treffen. Es wird immer über dasselbe Ding gespeichert. Ich stelle mir auch, es haben ja, es haben ja, die Entwickler haben ja in Teams gearbeitet. Und es gab dann ein Team für das Baker-Haus, es gab ein Team für das Sumpf-Gebiet und es gab auch ein Team hier für das Gebiet von Lukas. Und ich denke mir, hast du nicht bei dem Gebiet von Lukas irgendwie, ich weiß nicht, entweder die Arschkarte gezogen, weil es einfach viel weniger ist und irgendwie langweiliger im Aufbau oder war es dann so, oh, wir müssen hervorragend, wir müssen weniger arbeiten. Ist das, ist das nicht cool? Unser Gebiet ist so einfach. Das explodiert hundertprozentig. Siehst du, das habe ich extra gesagt, damit nichts passiert. Somit trickst du das aus. Damit, damit besiegt man das Schicksal. Oh, ich könnte nochmal, ich kann nochmal Flame-Rounds machen gehen. Ich wusste ja nicht, dass das Spiel mir noch irgendwas schenkt. Oh, nee, ich kann sogar Neural-Rounds machen. Oh, ich habe ja noch ein bisschen, ich habe ja noch hier, äh, ich habe ja die noch. Warte, lass mich die mal kurz zurücklegen. Ja, Supplements. Ey, nochmal kurz abspeichern. Siehst du? Äh, ich glaube, ich bin jetzt nicht so extrem, dass ich das, dass ich das zweimal versuche, um zu testen, welche davon mehr Schaden bei den Gegnern hier machen. Das wäre normalerweise das, was ich dann tun würde in dem Moment, um rauszufinden. Was spart mir mehr Munition? Es macht den Gegner mehr Schaden. Alter, Ethan einfach wie so ein 80-jähriger Opa, der da runterspringen würde. Lass mich einfach mal sechs Jahre brauchen zum Aufstehen. Nee, ist kein Problem. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit, Opa. Hier ist nix. Wünschte, ich könnte was sehen, um zu bestätigen, dass da vielleicht nichts ist. Da kommen die raus dann, ne? und die Musik noch. Aber ich, deswegen, weil ich finde das, also ich, das ist mal ganz cool mit den, mit diesem Fallen so ein bisschen. Aber es ist halt auch sehr, sehr wenig. Und ansonsten werden dir dann die Feinde reingeworfen. Das sind die Momente, wo ich wirklich wünschte, eine Kamera zu haben. Einfach nur, damit ich jetzt wirklich Office-Style euch angucken könnte. Das ist vor allem das, das ist mit Absicht, das ist mit Absicht, ich weiß, das ist gut platziert, aber fickt euch trotzdem. Es hat funktioniert, guter Trick, ja, I guess, ne, es ist, es ist die beste Position hierfür, weil es die letzte Kiste ist und du bist so, oh, alle Kisten, die ich hier aufgemacht habe, die explodieren gar nicht mehr. Du denkst, du bist safe und dann einfach, bam, in die Fresse. Ich bin gerade dazwischen Hass und Anerkennung. Das bin ich, wenn ich ein PC bauen würde. Oh nein, Björn, steck einfach nur noch die Grafikkarte auch ans Mother... Ich gehe einfach mal direkt mal hoch. Musik ist halt so weird. Ist hier oben auch noch einer aufzau. Kommt da wer? Was ist hier noch was? Könnt ihr mich anspucken? Okay, das waren, das war zwei. Zwei. Okay. Ich glaube, der kann irgendwas. Macht das einen Unterschied, wo du ihn triffst? Komm, wir den... Oh, 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 oh. Mach ich damit überhaupt einen Schaden? Oh, fuck, ich wollte. Ich wollte mich ducken, hab die falsche Taste gedrückt. Der lebt noch. Nein, verdammt. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich die Munition nicht verschwende. Ist er jetzt tot? Die sehen halt echt scheiße aus, auch wie die sich hier bewegen. Kam da noch einer? Warte mal, ich mach mal kurz Retry. Ich hab irgendwie immer ein Gefühl, dass das zwei sind. Ich glaube, beim letzten Mal, wo ich's gespielt hab, war ich auch so, oh, da kommt noch einer und dann kam, glaube ich, keiner mehr. Ich teste mal gerade die Neuro. Ich dachte halt, ich könnte sparen und stattdessen noch schnell auf den Nahkampf wechseln, aber das war leider nicht die beste Idee. Aber dieses Mal weiß ich ja, dass oben die Bombe drin ist. Ich find's schon, dass alle Gegner gleich... Ich mein, sie sehen ja, es gibt ja ein bisschen Unterschiede, aber ich find alle, jeder davon sieht einfach schon von Grund heraus scheiße aus. Weißt du, also selbst wenn's nur einen Moldgegner gäbe, würde ich sagen, mach den Moldgegner weg, der sieht scheiße aus. Oh, wieder Toast verbrannt. Nein! Ich hab die... Ich glaub, ich muss gleich hier nochmal nachladen, deswegen. Jetzt hab ich den einen Schuss verbraten. jetzt hab ich den einen Schuss verbraten. Die er direkt anfängt zu kotzen. Ich glaub, das wär sogar die bessere Taktik, dann hier oben zu warten, deswegen. Er hab ich nicht getroffen. Der braucht aber auch echt lange, um da rauszukommen. mal gucken, da war jetzt drei. Drei. Vier. Dann eins. Hast du's? oder kommt da noch was? Okay. Kommt da noch einer? Will ich das, will ich das nochmal machen? Will ich das, will ich das nochmal machen, weil ich einen Schuss aus dem Granatwerfer daneben gesammelt habe? Ja. Ich weiß, Leute, die Zeit. I know. I know. I am the worst person. Aber ich kann einfach nicht anders. Ich kann nicht gegen meine, ich kann nicht gegen meine Natur. Da sträubt sich mir gerade alles. So wissentlich, dass ich so einfach noch plus, plus jetzt kann ich testen, wie es mit vier Schüssen aus dem, äh, von den, von den, von den, den, äh, Flame Rounds sind. Jetzt kann ich die nämlich testen und dann sehen, okay, vier Schüsse davon und ein, ein Headshot mit der, äh, mit der Schrotflinte. Vielleicht brauche ich auch nur vier. Ich habe ja eben nur drei drauf geschossen, bevor ich dann die Waffen benutzt habe. Ne? Also, und die sind schon wertvoll. Passiert da jetzt was? Also, wir gehen auch direkt hoch, weil ansonsten würde er mich wahrscheinlich wieder ankotzen. Das Glück hätte ich jetzt nämlich. Und dann würde ich nochmal neu starten, weil ich getroffen wurde. Es ist wirklich so. Wenn, wenn, wenn ich die Sachen dann alleine spiele, dann mache ich teilweise, wenn ich so das Gefühl habe, ah, den Boss kann ich auch machen, ohne getroffen zu werden. Dann mache ich den einfach nochmal, ohne getroffen zu werden. Bro, läuft einfach direkt hier hoch. Was ist denn da los? Jetzt fällt der irgendwie um. Diese Enemy Hit Reaction ist so weird. Also, Neuro Rounds machen ein bisschen mehr Schaden. Oder du hast, oder du hast eben, du hast wahrscheinlich, so Crit. Das könnte sein, ne? Könnte sein, dass du, dass du Crit Chancen hast. Oder, dass irgendeiner davon nicht richtig getroffen hat. Aber, es waren, es waren vier, plus, jetzt, dreimal aus der Schrotflinte, anstatt, anstatt nur das eine Mal. Aber ein Granatwerfer Schuss ist wesentlich besser als zwei Schrotflintenschüsse. Das wird richtig schlimm beim Ari 4 Remake. Ja, aber da bin ich auch, glaube ich, da ist es, da ist es, da ist es mir nicht so wichtig, ohne Damage durchzukommen. Aber da habe ich zum Beispiel, bei dem ersten, bei dem 24 Stunden Stream, habe ich halt wirklich gegen meine Natur gearbeitet. Weil ich gesagt habe, nee, wenn ich eine Sequenz schaffe, dann mache ich weiter. Dann wird nicht nochmal neu geladen. Und die Sache ist, dass es mir dann nach hinten raus auch ein bisschen den Arsch gebissen hat, bei vielen Situationen. Okay. Da ist wieder der, der Knusper Kevin da oben. Hm. Stell dir mal vor, du denkst, das ist die ganze Zeit Chemicals und eigentlich ist es nur Pisse. 1408. Hier noch irgendwas. Noch eine Antique Coin. Boah, ich weiß nicht, ob ich noch genügend für die, für die Magnum zusammenkriege. Vor allem, das muss ja alles hier, das muss ja alles beim, beim Ethan-Teil gemacht sein, ne? Weil, du nimmst ja, meine ich, nichts davon, ich weiß nicht, ob du nachher nochmal die Möglichkeit hast überhaupt am Ende. nach dem, in der Salzmine. Äh, was war das? 1408, ne? Ja. Ja, genau, das ist, das ist das, das ist das gleiche, das ist exakt das, das gleiche Geräusch wie aus dem ersten Resident Evil am, am PC. ist mir beim ersten Mal spielen auch ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Achso, genau, du musst, ich weiß noch, das erste Mal, als ich gespielt habe, ich war so, okay, das kann ich doch bestimmt mitnehmen. Das Messer kann ich doch bestimmt mitnehmen. Das kann ich doch mitnehmen. Und du konntest dann einfach nichts mitnehmen. Das ist genauso wie bei Silent Hill 2, wenn du in den, ähm, äh, in den Aufzug gehst, der so eine Gewichtslimitierung hat. Kann ich denn jetzt wenigstens anfangen, sofort das Klo runter zu spülen? Kann ich jetzt wenigstens anfangen, sofort das zu machen? Nein. Kann ich jetzt wenigstens anfangen, sofort das Seil durchzubrennen? Nein. Du musst selbst jetzt, obwohl ich das Tape gemacht habe, muss ich nochmal hier durchgehen, um es zu aktivieren. Das ist doch, das ist doch lächerlich. Kann ich jetzt wenigstens nochmal nehmen? Kiss my ass! Language! Wow. Seek a way out! Einfach ein bisschen Öl mitnehmen. So, dann lass mal, wie ich hier immer nass gemacht werde. Vor allem, du könntest auch, du könntest auch einfach so die Hand über die Kerze drüber halten, irgendwas anderes versuchen. Weißt du, du hast ja, du hast ja ein Shirt an, das heißt, das Shirt könntest du ausziehen, das drüber halten. Aber auf die Ideen kommt der Moldman halt nicht. Müsst du, ja, ich werde, sobald angekündigt ist, wann das rauskommt, quasi Release-Datum von dem Spiel ist Stream-Tag. Ich werde davor entweder am Tag, also es kommt drauf an, wann es dann erscheint. Also ich werde entweder am Tag davor oder, äh, sagen wir mal, so eine Woche davor werde ich nochmal Resident Evil, äh, oder so, werde ich nochmal Silent Hill 2 im Stream auch durchspielen, einfach nur damit sowohl ich als auch ihr aufgefrischt seid. Und dann werde ich das, das Remake, genau wie ich das bei Resident Evil 4 gemacht habe, vor allem Ethan hat, Ethan hat das Tape gesehen und kann sich nicht wegbewegen. Das ist halt wirklich unfassbar dumm. Ja, also ich werde das dann komplett durchspielen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal so einen 24-Stunden-Stream mache, weil so lange das, das Remake wird, äh, es wird vielleicht ein bisschen länger sein. Ich kann mir vorstellen, dass es statt so 8 Stunden, so 7, 8 Stunden, dann irgendwie 10 dauert. Aber ich weiß nicht, ob es eben, na, wenn es wieder die verschiedenen Enden hat und alles, dann lohnt es sich vielleicht auch einen 24-Stunden-Stream zu machen und versuchen, den Rest direkt freizuschalten, weißt du? Keine Ahnung, ob sie das Ranking-System übernehmen werden. Was ist eigentlich der Anlass für die Streams die letzten Tage? Äh, Geld. Das ist das, was im Stream-Titel steht. Papa braucht einen neuen PC. Das ist, als ich den Stream heute anmachen gestartet habe, ich habe OBS gestartet und mein PC ist abgeschmiert. Ohne, ich habe ein Bild davon, ich habe ein Bild davon in den Discord gepostet. Und das ist nicht das erste Mal. Nein, aber ich kann auch, ich kann die Streams währenddessen nicht aufzeichnen über OBS, das ist nicht die Möglichkeit. Das heißt, ich muss auch immer auf die WOTs zugreifen über Twitch, was halt natürlich eine wesentlich, wesentlich schlechtere Qualität ist. There's some space behind this wall. Warte mal, was haben wir als letztes gemacht? Wir haben... Ah, genau, das Ding brauche ich. Ab dem Zeitpunkt weiß, es ist Zeit für neuen PC. Ich meine, das wusste ich auch schon vorher. Das wusste ich auch schon vorher. Ne, brauche ich nicht. Ich muss ja eh noch mal durch das Wasser durchgehen. So, dann bauen wir den Finger ein. Jetzt Ethan auch wieder vollkommen. Obwohl er gerade, er hat das fucking Video geguckt. Er hat das Video geguckt und ist so, mal gucken, ob ich jetzt wieder auf meine Hand wieder gegriffen wird. Oh! Nee, es ist ein, es ist ein, äh, ich brauche, ich brauche Windows fürs, ich will ja, ich will ja auch die, die PC-Titel darüber spielen. Wenn ich mir zum Streamen einen iMac holen würde, das wäre dann jedes Mal, nee, das ist Katastrophe. Also fürs, fürs Streamen will ich halt schon einen PC haben, dass ich darüber eben auch alles nativ drüber spielen kann. Ich hatte irgendwo mal im Discord, weil ich habe das nicht zusammengestellt, da haben mir Leute bei geholfen. Äh, irgendwo im Discord ist das, glaube ich, im PC-Bereich oder sonst wo, äh, steht der, äh, steht der geplante Bild. Ich habe davon keine Ahnung, das heißt, ich vertraue einfach nur Leuten, die Ahnung haben. Es muss eh noch mal wahrscheinlich aktualisiert werden, wegen der momentan, weil die Preise sich vielleicht noch mal geändert haben oder es etwas gäbe, was, was sich besser eignen würde. deswegen, das ist dann, äh, ich würde vorher das eh noch mal dann kurz abklären. Ich vertraue da auf die Schwaben-Intelligenz der Leute. Zeit für OnlyBjörn-Account. Ihr seid nicht ready dafür. So, Ethan könnte auch einfach den, scheiß, äh, das scheiß Passwort eingeben und ist da trotzdem zu dumm für. Ihr so, ich habe eben das Videotape geguckt, da stand Loser drin. Ich frage mich, was wir dieses Mal machen müssen. Das war, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, sollte ich, musste ich jetzt, du, genau, du musst es, du musst es dann hier, ich muss jetzt trotzdem die Kerze auf die Torte stellen, ne, wie war das? Und dann kann ich hier durchbrechen? Oder war es irgendwas anderes, was ich noch machen konnte? Ne, ne? Stop using. Wow! 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 Äh, ja. Ja, was das? Wollen wir uns das Wasser hier wieder anmachen? Ich bin gerade nicht mehr sicher. Kann sein, dass ich es gerade falsch gemacht habe, oder sie zu dumm war dafür. Aber ich möchte auch Ethan einfach nur, nur leiden sehen. Ach, ne, genau, das Ding bricht jetzt ab. Das war's. Das habe ich beim letzten Mal nicht getestet. Das war's. Ja, ja. Some space behind the wall. Das war's, ne? Ja, ja, okay, alles klar. Das war's. Du musst das, du musst das vorher, äh, vorher abmachen, das war's, naja. Jetzt beim letzten, ich glaube, ich habe, ich habe zum letzten, weil ich es beim letzten Mal nicht probiert habe, bin ich nicht mehr drauf gekommen. Aber ich war so, ah, ich muss in der Sequenz eh sterben. Ihr seid nur hervorragend, dass du das Ganze Ding nochmal machen darfst. das ist ziemlich cool. Ja, ich darf nicht mehr, oh Gott. Das ist einfach, das ist bitter, dass du das nochmal komplett abwarten musst. Jetzt kann ich wenigstens den, oh ne, du musst dir auch nochmal, du musst dir auch nochmal den kompletten Dialog anhören. Oh, das ist echt eine Bestrafung. Ja, er hat ja alle Gegenstände abgelegt, aber die Taschenlampe ist ja, ist ja scheinbar auch mit im Inventar irgendwo vergraben. Ich glaube, keine Ahnung. Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Genau, das war das. Ich musste hier irgendwie, ja. Ich glaube, das ist mir beim letzten Mal, als ich es gemacht habe, auch exakt so passiert. Okay. Das ist random. Es ist halt nur ein bisschen blöd, dass du das komplett nochmal neu machen musst. So, auch jetzt darf ich, auch jetzt darf ich das Passwort nicht eingeben, Ich glaube, wenn ich jetzt, selbst jetzt zum Passwort gehe, dann sagt er, ich kann das nur versuchen, wenn ich es weiß. Der Herd hat Blähungen. Ich weiß nicht, ob das nur passiert, wenn du nochmal drauf gehst oder ob das komplett randomized ist, was passiert. Oh, ich darf es zumindest, ich darf es dieses Mal eingeben. Nee. Ja, da musst du, warte mal, warte. Das war dann, warte mal, war das irgendwas an? Ich bin gerade, ich bin gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob ich einfach in der, in der Denkweise gerade zu eingeschränkt bin. Weil dadurch konntest du das alles hier überspringen. Deswegen, ich weiß nicht, ich bin gerade am überlegen, ob es noch irgendwas anderes gab, was du stattdessen noch machen konntest. Ich kann das nicht aktivieren. Hier ist ja die Puppe drin. Da bin ich irgendwie, stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch. Weil ich kann es auch gerade mit nichts mehr anderem interagieren, ne? No water's coming out. Warum bin ich gerade, ich habe irgendwie das, ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte irgendein, warte mal. Was aber? Für was bin ich gerade zu dumm? Ich habe, glaube ich, wieder das Problem, dass ich, dass ich irgendeinen Lösungsansatz noch weiß und deswegen nicht mehr auf den Zwischenschritt komme. Weil die Sache ist, dass jetzt ja genau das Gleiche dann passieren wird, ne? Das Spiel lässt sich jetzt nicht das Ding ausmachen. Was zum Teufel war das? Ja, jetzt wird halt das Gleiche wieder passi- Ach nein, ach ja, okay, naja, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, okay, ja, genau, du konntest den, äh, du kannst, weil du, genau, das ist das Einzige, was du dann, was du nämlich dann mitnimmst, das ist, dass du das Passwort sofort eingeben kannst und deswegen den Schlüssel nicht, äh, das Ding hier nicht aus dem Fass rausziehen musst, das war's. Ja, ja, ist okay, alles klar. Das war's. Äh, jetzt muss ich trotzdem nur den Kack nochmal machen. Ja, deswegen, weil mein Problem ist, dass ich, äh, irgendwas anderes in Erinnerung hatte. Ich dachte so, oh ja, vielleicht konntest du mit dem Wasser was ausmachen oder sonst was, aber es war das Ding, das du nicht rausziehen, äh, dass du nicht rausziehen brauchst. Exakt das, exakt das ist es, was ich gerade eben gesagt habe, deswegen, weil ich irgendeinen, Endresultat im Kopf habe, so, du kommst dann so und so da wieder raus, habe ich, habe ich nicht mehr an diesen Zwischenschritt gedacht. Das ist genau wie bei, das ist genau wie bei Adventure-Spielen, dass ich sowas dann in den Arsch beißen kann. Das kann ich eigentlich noch machen, für Buchstaben, für Wörter. Warum ist, warum ist Funky nicht die Antwort? warum kann ich nicht komplett A machen? Ich kann auch nicht komplett S machen. Arrrr, nee, Arrrr, Aaaaaah, Eeeh, ja, okay, okay, machen wir es, machen wir es richtig. Na, kann ich, kann ich Loser rückwärts richtig spuchstabieren? Oh ja, Herr Officer, ich darf weiterfahren. Los, er scheinbar kann ich es nicht. Oh, das ist Alternativschreibweise, das ist altes Englisch, das ist noch so Shakespeare-Version. I bite my thumb at you, you loser. Loser, ja. Nur die, nur die echten Trivia-Heads wissen Bescheid. Die Sache ist, dass es jetzt trotzdem die Kerze, dass es trotzdem das Ding explodieren wird. Wollem Ethan bewegt sich einfach wie festgefahren, so wäre ich wahr drauf. I saw the video, but I wanna feel it. Na, aber deswegen kannst du das mit, ähm, mit, äh, äh, Clancy nicht, äh, nicht machen. Was ist, kann ich, there's some space behind the wall, ja. Okay. Äh, ach da, okay. Ich hab die, ich hab die, ich hab die, ich hab die nicht gesehen. Ich hab die nicht gesehen. Ich war so, okay, was soll ich, was soll ich tun? Ich hab's nicht gesehen am Boden. Jetzt darf ich das nochmal machen. So, Bro, warum ist, warum ist, es ist einfach, mach's fünfmal. Oh, ich liebe die Stelle so sehr, dass ich sie einfach gerne fünfmal mache. Das ist der eins, ich mach das gerade die ganze Zeit absichtlich. Ich war halt wirklich so, ja, okay, ich muss ja irgendwie durch die Tür kommen, irgendwie durch das Loch kommen, okay. Ach stimmt, es war ne Bombe, die du dann aufnimmst und hinter das Loch packst. Das war es. Ich hab die aber auch am Ende, nicht am Boden gesehen. Ich hab nur den, äh, ich hab nur den, äh, den, äh, hier, das UI-Ding gesehen. Das Icon. Und dann war ich so, ah, Bombe. Dreh mich um und dann gerade so noch in, du hast noch in der Hand schön die Null gesehen. Ja, Losor. Oh, richtiger Losor-Moment. Wenn die Leute, wenn die Leute sagen, mein L-Moment, das ist, mit L ist Losor gemeint. Okay, müssen wir dieses Mal aber richtig schreiben. Nein. Oh, das wird mir jetzt noch, das wird mir noch hinterherhängen, das Losor. Das, das Losor, das wird mir noch echt stark hinterherhängen. Oh Gott. Aber wenigstens kann ich das mittlerweile richtig schön im Speedrun machen hier. Ich weiß noch gar nicht, wo kommt denn die scheiß Bombe eigentlich her dann? Die liegt da irgendwo am Boden? Wird die hier reingesch... Ich glaube, der... Ich glaube, er schmackt... Ah, da oben ist ein Loch. Dadurch wirft er sie dann rein. Okay. Deswegen war auch so ein Teil von mir gedacht, okay, vielleicht muss ich einfach warten. Vielleicht gab es noch irgendeinen Trigger, den ich noch abwarten muss. Ich meine, Escape Rooms sind immer cool, wenn du sie zum ersten Mal machst. Danach... Das L steht für Liebe. Okay. Aber nee, erst das Brett noch abmachen. Erst das Brett noch abmachen. Das Problem war, er hat das Ding geworfen, als ich am Brett stand. Und deswegen habe ich es nicht gesehen. Das ist aber auch einfach... Das ist auch einfach ein bisschen Pech. Ich gehe mal hier in die Ecke. Ich sterbe aus irgendeinem Grund jetzt trotzdem. Bei 999 machen mir die Rätsel immer Spaß. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. In der DS-Version, wenn du das erste Rätsel immer und immer wieder machen musst, da habe ich nicht so Spaß dran, das beim sechsten Mal nochmal alles in der Reihenfolge auszufüllen. Bin ich ganz ehrlich. Gut, dass ich jetzt die Karte habe. Ich habe zumindest alles gefunden, glaube ich. Aber das ist echt lustig, dass du einfach am Ende nochmal die Karte bekommst. Mia? Mia? Mia! She's alive. So, Leute. Das war es jetzt mit dem guten Teil des Spiels. Obwohl ich den... Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Lucas-Teil immer noch sehr schwach finde. Es wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn das ein großes Gebiet wäre. Weil die einzelnen Stellen sind... Du hast zu wenig... Wirklich Entscheidungen, wo du lang gehen kannst. Du hast sehr wenig, was du erkunden kannst auf einmal. Das Spiel ist in seiner Erkundung leider sehr, sehr linear. Und ich glaube, ich habe das damals wesentlich besser empfunden, weil... Oh mein Gott, es ist zumindest... Es ist endlich mal wieder aufgebaut in seiner Level-Struktur wie klassisches Resident Evil. Das war, glaube ich, dann der Punkt, wo ich so... Oh, cool. Aber... Dadurch, dass wir jetzt ja auch Resident Evil 2 Remake zum Beispiel haben, verfliegt dann diese Novelty, finde ich sehr stark. Okay. Ich kriege nochmal alle Sachen zurück später, ne? Ich meine, ich kriege nochmal alle Sachen zurück, wenn ich mit Ethan unter... Wenn ich mit Ethan dann im Salzberg bin, oder? Weil mit mir habe ich ja keinen Zugriff auf die ganze Scheiße. Weiß doch gar nicht mehr, wofür du die Toy Eggs irgendwie gebrauchen kannst. Ich mache ja vor Jack eh nochmal ein bisschen was anderes. Da hole ich nochmal nach, aber ich nehme schon mal die 30. Warte mal, ich kann hier... Ah, ich kann hier sortieren. Okay, dann nehme ich die Munition mit. Ist da gerade die Enhanced drin, oder warum habe ich so wenig davon? Ich glaube, wir lassen es mal... Ich kann den Bunsen... Ich nehme den Bunsenbrenner mit. Irgendwo hatte ich noch Fuel hierfür. Ah, da oben. So, und dann nehme ich noch First Aid, ja. Au, das... Au, das Messer fehlt noch. Das Messer fehlt noch, ja. So, jetzt. Okay. Ja, den Granatwerfer kann ich so lange wegpacken, bis ich nicht bei Jack bin. Genau. Dann kann ich das schon mal nachladen. Und dann lass mal gucken, bei der Pistole-Munition, ob ich da die... Ah, nee, die ist schon reing... Das ist aber weird. Die ist schon reingeladen, dass die aus dem... dass der Inventarplatz weg ist. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. So, wo befindet sich denn dann das Magazin mit den Sieben-Schuss? Yo, was geht? Ethan's Wife, ja. Name a hundred women. Obamas Wife. Oh, ich vergaß. Ich vergaß. Bro, das hättest du auch einfach einen Schalter machen können, weißt du? Das hättest du auch einfach einen Schalter machen können, dass du hier rausgehst, nur um quasi direkt wieder zurückzugehen. So, ja, okay. Let me take the crank. I guess. So, wo haben wir es? 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 Da. Das ist schon... Ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen weird. Also, du hättest du auch... Ich weiß, du willst es, dass es dann zusammengebunden ist und so, aber da hättest du auch einfach einen Schalter drauf machen können, anstatt dass ich nochmal diesen extra diese Crank einpacken muss. Das war jetzt auch, glaube ich, nochmal ein Gebiet, wo ein paar Gegner kamen, ne? Das ist jetzt genau hier und dann ist aus da einem Grund irgendeine irgendeine Sackgasse, glaube ich. Aber ich meine, jetzt kämen hier noch ein paar Gegner. Keine Ahnung, ob er an denen vorbeilaufen kann. Ich meine, die Laufgeschwindigkeit in dem Spiel ist generell super, super gering. Also, Ethan sowieso wirklicher Opa, wie der hier langläuft. Ich habe keine Ahnung, ob hier was war. Ach, ne, hier geht nachher, ah, genau, hier geht nachher die Brücke runter. Das heißt, ich muss jetzt nochmal hier lang, jetzt tauchen, glaube ich, Gegner auf. Könnt ihr die auch mit der Schrotfinte, aber die Schrotfinte ist halt gleich für den Bosskampf wesentlich relevanter. Da ist nochmal die Crank, dann gehe ich zuerst hier lang. Perfekt. Alter, wenn jetzt noch irgendwas explodiert, ne? Es wäre schon lustig gewesen, also ein Teil von mir, so ein Teil von mir wollte, dass es in die Luft fliegt. Ein ganz kleiner Teil von mir war so, would be funny. Es wäre schon extrem lustig, wenn das jetzt passiert würde. Aber ein anderer Teil ist auch, ja komm, lass mal stecken. Komm, lass mal gut sein. Muss jetzt nicht auch noch dazu. Die Frage ist, ob ich, ob ich jetzt einfach an den Viechern vorbeirennen kann, aber der Weg ist relativ schmal. Ja, vor allem, wenn das diese Ficker sind. Alter, die sind aber auch. Die sind aber auch scheiße, mal ganz ehrlich. Mal ganz ehrlich, die sind aber auch richtig scheiße. Ich mache richtig Enhanced-Mutition mal rein. Aber wir machen meinen Hans-Mutition. Das ist nicht so, als ob ich am Ende großartig die, oder ich laufe einfach durch. Ihr kriegt mich nicht. Ich bin Football-Spieler Even. Mit 200 kmh-Geschwindigkeit laufe ich. Okay, dann habe ich, glaube ich, getötet. Hoffentlich. Schnell durch. Schnell durch, niemand sieht mich. Türen könnt ihr nicht öffnen. Ihr wisst nicht, was Türen sind. Let's go! Und. Ich weiß, dass die, also die sollten eigentlich auch nur bei, bei Lucas vorkommen. Es wäre schon lustig. Vor allem, vor dem Speicherpunkt, dass du noch, ne, ich sammle erst die ganzen Items auf, bevor ich abspeichere und dann ich muss sagen, also dieser Makeshift-Flammenwerfer, der sieht schon cool aus. Gut, das wäre es dann, ne? Das wäre es dann, jetzt Bosskampf. Okay, dann lass mal gucken, was können wir gebrauchen, was können wir gebrauchen. Ich lege erst mal, die Crank, die brauche ich definitiv nicht. Ich glaube, ich habe genügend Munition. Ich glaube, die Pistol-Munition kann ich fast ablegen, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich, ich glaube, also wenn schieße ich mit der, wenn schieße ich, glaube ich, mit der Schrotflint-Munition da drauf. Die habe ich mir auch gut, die habe ich mir auch gut erspart. Finde ich. So, und dann können wir stattdessen, ich weiß nicht, wie gut der, ich weiß nicht, wie gut der Flammenwerfer funktioniert, gerade wegen der Distanz. Bei den Grenade-Launcher nehme ich auf jeden Fall mit. Und dann packen wir, komm, nehmen wir einfach mal beide. Nehmen wir einfach mal beide. Ne, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Ich habe aber leider kein, kein rotes, ne? Ja. Ich meine, das Beste, was ich wirklich noch machen kann, ich konnte mal in die ganzen, diese ganzen Camp-Flow jetzt, Alter, wie viele, wie viele fucking Herbs ich habe. Ich habe einfach alle Herbs gefunden, im ganzen Spiel. Das Ganze, den ganzen Buber hat es mitgenommen. Und wir passen dann einfach ein bisschen was. Ich glaube, damit bin ich gut ausgerüstet, oder? 53, 80 hier drin. Ich weiß auch nicht, ob das, ist das teilweise Verschwendung, damit drauf zu gehen? So, reicht ein Schuss für jeden von diesen, weil du musst ja die ganzen, diese ganzen Pusteln am Körper kaputt schießen, soweit ich mich daran erinnere. Wahrscheinlich habe ich das auch irgendwie falsch abgespeichert und eigentlich musst du erst einmal Sandburgen bauen, irgendwo in der Ecke. Gucken wir jetzt einfach mal, wie das läuft. Lass mich in Ruhe. Habe ich noch irgendwas hier? Ich weiß auf jeden Fall, wem ich gleich die Medizin gebe. Wir sind wahrscheinlich mit schlechteren Xbox-Amy noch mehr Scheiße. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Shinzoabe Flammenwerfer. Ah, das ist pretty gut. Okay. Jetzt nochmal zu Zoe. Oh, okay. Ja, ja, nee, I get it, I get it, I get it, okay, alles klar. Stimmt, das waren ja auch, das waren ja auch Items. Stell dir mal vor, du hättest das einfach im Haus jetzt liegen lassen irgendwo und bist so, oh, oh, du meinst, ah, du meinst das für Serum. Of course. Ja, 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 ich erinnere mich. Ja, du, äh, ich glaube, ich muss nochmal kurz zurück. Right here, das Messer. Right here, Messer, Messer in die Seite. Ja, meaningless, non-canal, ja, es ist so, es ist so scheißegal, wen du, wen du wählst. Aber ich gebe das gleich trotzdem an Zoe, weil, the worst character. Take the serum. Der Kopf sieht schon, ich muss sagen, der Kopf mit diesem einen fetteren, pulsierenden Auge, das ist schon geil. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein, das ist schon ganz geil. So, dann gucken wir mal, wie... Hallo? Nein, du solltest... verdammt. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Wahrscheinlich gar nicht. Also der Flammenwerfer bringt, der Flammenwerfer bringt gar nichts. Wenn man daneben schießt, hilft auch nicht. Habe ich gerade für euch rausgefunden. Muss man ja auch mal testen. Kann man ja nicht wissen. Da könnte ja sein, dass wenn du auch was daneben geschossen. Das war tatsächlich hilfreich. Das hat dir was gebracht. Niemals... Niemals irgendeine Option ausschließen. Aua. Das tat weh. Ich gehe mal kurz hoch. Die Leiter ruft. Das ist mein Name. Kannst mich auch gerne den... äh... Schimmelschubser nennen. Oh, ich hatte einen Nachladen. Also Nachladen hilft auch vorm Schießen, Leute. Weiterer Tipp. Na, hier zuerst gehört. Lass mich mal kurz die Kisten aufmachen. Da sind garantiert ganz wichtige Dinge drin. Mehr Kisten zum Beispiel. Stell dir vor, hier ist einer explosiv. Stell dir mal vor, die werden randomized. Welcher Seite ist der? Hier ist der Weg. Okay, da unten an seinem Arm ist noch ein Auge. Wow, unfair. Also ich meine gerade wirklich literally in dem Moment, wo ich auf den... äh... wo ich da drauf gekommen bin. Okay. Hat der von oben noch eines, was du treffen musst? Okay, das noch. Nein! Warum habe ich eben wieder nicht nachgeladen? Oh, jetzt ist es wieder runtergefallen. Okay, diesmal nachladen. Ich hatte gerade das Gefühl, als ob ich zweimal daneben geschossen hätte. Obwohl ich eigentlich drauf gezielt habe. Okay, gibt es jetzt noch einen? Der am Arm sollte doch weg sein. Ist es nur noch frontal? Ja, ich glaube jetzt noch das große Auge. Aua. Wo ist er? Bleibst du bitte hier? Jack? Jack? Herr Baker? Herr Schwiegervater? Herr Schwiegervater? Okay, ich gehe mal kurz nach oben. Ich habe gesagt, ich gehe kurz nach oben. It's gotta hurt. Right? Ich muss kurz nachladen. Okay. Was ist das jetzt? Jetzt das Serum rein? Oder kommt da noch eine... Oder kommt da noch eine... Ich glaube, das war's, ne? Ja. Warte, meine Kiste! Vor allem, wofür ist der... Wofür ist der Burner... Der Burner-Fuel? Hat das irgendwas gebracht? Also ich meine... Ich meine, ich habe... Ich meine, ich habe das... Das eine aus dem... Auf das 1 oder 2 Aufhalten wirklich draufgegeben. Und das hat, glaube ich, absolut gar nichts gebracht. Ich glaube, auch der Granatwerfer ist ein bisschen Overkill fast schon, oder? So vielleicht für das große Auge am Ende? Müsste man auch ein bisschen austesten. Aber es killt, glaube ich, zumindest die Augen in einem Schuss. Aber auch da, ich weiß nicht, was der... Was ist der Unterschied zwischen dem... Zwischen dem Brand und dem Neuro-Ding? Ich habe... Ich müsste das mal nachlesen, was davon irgendwie... Für wen besser wäre. So, Leute, das ist die einzige korrekte Wahl, die man treffen kann. Einfach sich selber das Serum zu geben. Wenn ich arbeite, fängt das Stream natürlich früher an. Ja. Das eine Mal, das eine Mal, dass ich pünktlich live gegangen bin. Vor 18 Uhr sogar. Cure Mira. Uncurable. Die Haare von der sehen auch so scheiße aus. Das ist immer das Problem, wenn man versucht, Haare zu physikalisch korrekt darzustellen. Das sieht immer kacke aus. Das sind aus, als ob die Algen am Kopf hätte. Und die andere Person... Und die andere Person versteinert jetzt sowieso, ich weiß. Komm, sorry, wir holen die Divorce Papers. Ich schreibe Hilfe. Awkward Moment. Ja, es ist so weird, dass das Mia-Ende irgendwie das Gute ist. Und vor allem, ich meine, es ist ja nicht so, als ob mit Mia irgendwie großartig noch was passiert. So, warum kann ich mein Kind in 8 nicht mit Zoe haben? Ich finde, Zoe sieht eigentlich eher aus, als wäre sie die Tochter von, ähm... Wie heißt der? Jonathan Banks? Die hat so ein bisschen das Gesicht von Mike aus Breaking Bad. So, die Nase und die Augen. Guck nur mal auf das Gesicht. Ich finde, dass sie da... Ich meine, Jonathan Banks heißt, ja. Was ich letztens... Ich hab die ersten beiden Beverly Hills Cop Filme nochmal geguckt. Mia kam hier mit Evelyn. Das ist, wie es angefangen hat. Mike ist einfach so der Handlanger vom Antagonisten aus dem ersten Teil. So, what? Und du siehst ihn mit Haaren. Und denkst dir so, was ist das denn? Mike hatte mal Haare, das glaube ich nicht. Der ist mit Glatze geboren. Was denn? Ich meine, sie ist ja deine Frau. Sie ist halt sehr konservativ noch. Deine Schwägerin, egal. Jetzt werden wir auch wieder richtig zum Moldman. Come back any time. Ich bin gerade wirklich am überlegen, ob ich jetzt einfach... Weil das wäre irgendwie zu lustig. Ich fände es irgendwie... Ich fände es... Weil dann muss ich... Dann kann ich auch... Dann kann ich auch heute... Dann muss ich nicht wieder irgendwie bis so 11... 11 oder 12 streamen. Dann könnten wir jetzt einfach noch... Ich hab noch ein paar Videos auf. Und dann machen wir morgen bei Trash Tuesday einfach den Trash-Teil von Resident Evil 7 fertig. Ich fände das wäre... Keine Ahnung. Irgendwas in mir fände das sehr lustig. Lieber Tekken 8 spielen. Was? Ich finde den Shift-Part voll okay. Ich finde das... Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage 0 von 10 oder so. Aber ich finde, das ist... Bei allen Malen, wo ich es gespielt habe, fand ich, war das schon deutlich der schwächste Teil. Ich meine, die Salzmine ist auch nicht gut. Die Salzmine ist auch nicht wirklich gut. Es ist wirklich so der... Die Baker... Jack-Baker-Kämpfe sind, finde ich, mit Abstand die Highlights. Und dann war es das. Und auch so die... Das auch dazwischen war, über die Brücke zu gehen. Dann hast du deine Mold-People. Keine Ahnung, ob die verwandt sind mit Ethan. Ob der da einfach nur irgendwelche Cousins die ganze Zeit abschlachtet. Und auch davor schon bei Lucas ist das so. Und dann selbst sein Boss, in Anführungszeichen, ist einfach dieser fette Bloater. So, nee... Ja, also ich merke jetzt nicht... Also ich habe bisher jetzt nicht wirklich gemerkt, dass es zum letzten Mal großartig meine Meinung sich geändert hat. Ich finde das immer noch grundlegend. Okay, ich weiß nicht, ob es sich nochmal ändert. Aber das wäre dann eher was für eine wirkliche Retrospektive, wenn ich dann auch auf den ganzen anderen Schwierigkeitsgraden das durchspiele. Ich meine, so eine Sache, die ich zum Beispiel wertschätzen kann, das sind die Münzen, die verteilt sind. Und dass die Münzen auf dem höheren Schwierigkeitsgrad auch eine andere Platzierung haben. Ich mag zumindest konzeptionell den ersten Jack-Kampf sehr. Der zweite ist wirklich super. Also der zweite ist für dich mit Abstand das Beste an dem ganzen Spiel. Das Haus an sich ist ganz cool gestaltet, aber du könntest... Ich finde, diese Segmentierung macht das Ganze echt kaputt. Gerade weil du auch in dem Lucas-Teil nicht wirklich etwas... Das ist dann zu linear schon, finde ich, zu früh. So, weil normalerweise... Ja, du hast auch in Resident Evil später linearere Abschnitte. Aber die kommen dann meistens erst ganz zum Schluss. Und wenn du halt Resident Evil 1 tatsächlich betrachtest, dann hast du an sich nirgendwo richtig lineare Abschnitte. Du hast eben nur Abschnitte, wo du ein bisschen weniger rätselst, beziehungsweise weniger so Backtracking hast oder überlegen musst, wie du jetzt wo irgendetwas einsetzt. So, bei 2, da hast du definitiv nach hinten raus dann lineare Abschnitte. Aber da führt es eben dann auch zu einem Finale hin. Weißt du, da finde ich, da passt es dann zum Pacing her und das ist eh ein bisschen actionlastiger. Und selbst da hast du den letzten Abschnitt nochmal deutlich mehr, was du machen kannst. Und hier ist es so seltsam, dass du diesen Actionabschnitt hast, wo es linear wird in dem Lucas-Teil und dann auch zu dem letzten Jack-Kampf. Und dann hast du den und das wäre eigentlich so dieser Moment, wo du sagen würdest, oh okay, alles klar. Und dann zieht das Spiel aber nochmal die Reißleine und wirft dich dann in diesen seltsamen Stealth-Abschnitt. Versucht dann wieder das Ganze aufzubauen und schickt dich danach in die Salzmine für so ein finales Action-Pacing-Gang-durchlaufen-Ding. Da weiß ich nicht, ob das von Vorteil war, dass man die Entwicklung so segmentiert hat. Bitte bis Elfstream. Ich meine, ich würde jetzt so oder so noch was, aber ich glaube, ich kriege es, weil ich will nicht, ich will jetzt ungern es einfach zwingen durchzuspielen. Und ich fände, es wäre auch blöd, wenn ich jetzt irgendwie so bis kurz vor Ende dann mache und dann macht man morgen nur die Salzminen noch. Weißt du, wenn ich jetzt das Schiff noch mache und dann morgen nur die Salzminen, das wäre dann auch irgendwie ein bisschen blöd. Und dann denke ich mir lieber, dann mache ich morgen das, weil dann habe ich heute die zweite Hälfte vom Haus ein Lucas-Ding gemacht und das Jack-Teil. Und dann könnte ich morgen das Ende von sieben machen. Und wenn halt mehr Zeit ist, dann können wir stattdessen noch eine DLC machen, weißt du? Dann könnte man morgen dann vielleicht sagen, das Rest vom Hauptspiel und den Not-A-Hero-DLC. Weil ich glaube, End of Zoe müsste ich mir halt kaufen und dann auf die Xbox oder so wechseln. Und der ist halt auch nochmal was deutlich länger. Nee, das ist am Freitag. Das ist am Freitag. Vor allem, das ist halt auch ein, das dauert ein bisschen länger. Das kriege ich nicht in einem Trash Tuesday dann eben durch. Sie ist auch zu Schimmel geworden. Ja, nee, ich glaube, lass aber dann, ich glaube, irgendwo muss, ich muss ja noch abspeichern können, ne? Ich muss ja doch zumindest noch irgendwo abspeichern können. Ich liebe auch, wenn das Spiel einfach so, das macht auch Acht, dass die einfach so out of the way gehen, um nicht das Gesicht von dieser Pappnase zu zeigen. Obwohl, der hat ja einen Kanon-Face. So ist es ja nicht. So Ethan Winters hat ja ein richtiges Gesicht, was du nachgucken kannst, was auch so offiziell von Capcom rausgegeben wurde. Aber die in den Spielen so, nein, nicht das Gesicht irgendwie zeigen. Ich finde auch immer, ich finde auch immer dieses Argument so seltsam so, das machst du, damit du dich besser in den Charakter hineinversetzen kannst. Und dann so, wie? Wisst ihr, wann ich mich besser in den Charakter hineinversetzen kann, wenn ich mehr über ihn weiß? Und er ist ja, es ist ja auch nicht so, als ob ich irgendwie der, das keine Ahnung, irgendjemand random bin. Weil dann finde ich, dann lass mich einen Charakter-Creator machen und mir eine eigene Persönlichkeit geben. Aber dieses, oh, wir geben dir einfach gar keine Persönlichkeit, damit du dich hineinprojizieren kannst, so, was ist? Da ist ja trotzdem noch was vorhanden. So, Ethan sagt ja in seinen eigenen Texte, der hat ja zumindest noch eine gewisse Optik und hat seine Backstory und so. Aber er ist so einen Lappen einfach nur. Ich verstehe nicht, wie soll ich mich da mehr hineinversetzen? Das ist einfach der langweiligste, schlimmste Protagonist ever. In der kompletten Resident Evil-Reihe. So, keine Ahnung, vielleicht ist der Charakter aus Survivor schlechter. Aber ich glaube, der kriegt, ich glaube, selbst der kriegt mehr Charakterisierung oder so. Ganz nett. Mit wem geht's eigentlich in Resi 5 rein? Zendaro, vielen, vielen Dank für die 30 Euro. Das ist sehr lieb. Mit wem geht's in Resident Evil 5 rein? Mit mir selber. Ich werde das auf der Xbox 360-Version im Singleplayer spielen. Weil ich habe es letztes Jahr mit Robin gespielt. Ich habe es letztes Jahr auch mit einem Kumpel zweimal durchgespielt. Also die Koop-Erfahrung von Resident Evil 5 ist sehr frisch. Und ich würde es gerne nochmal im Singleplayer spielen. Um auch den Teil dann nochmal besser bewerten zu können. Oh, jetzt fangen die Rückblenden an. Ich meine, auch in 8 hat er keine wirkliche Charakterisierung. Ja, vor allem wenn du ihn nachher im Schiff unten wieder findest, dann ist auch sein Gesicht verdeckt vom Schimmel. Ich bin auch Schimmel. Ich kann mich super in Ethan hineinversetzen. Nein, ich habe das, ich verstehe das generell nicht dieses, oh, du bist der Charakter. Nein, bin ich nicht. Der Charakter ist der Charakter. Ich meine, wenn du es machen willst, dann mach halt irgendwie so eine eigene, lass dir einen eigenen Charakter oder so erstellen. Aber die Sache ist, dann muss ich mir auch Möglichkeiten geben, eine eigene Persönlichkeit da drin zu entwickeln. So, dann muss das Spiel auch wirklich mir Möglichkeiten geben, eine Persönlichkeit im Spiel auszudrücken. Weil auch diese so bei Persona so, oh, das machen wir, damit du dich besser in den Protagonisten reinversetzen kannst. Ja, wie denn? Es ist eine andere Figur. Und ich kann ja, ich kann nicht mal wirklich eine Persönlichkeit oder sonst was davon bestimmen. So, ich wünschte auch, die würden das endlich mal sein lassen. Ich wünschte, die würden einfach den Protagonisten aus Persona mal eine richtige Persönlichkeit geben. So, oh nein. Das ist viel schlimmer, wenn ich einen guten Protagonisten habe, einem JRPG. Dann kann ich gar keine Verbindung zu dem aufbauen oder mich als der Protagonist in der Handlung fühlen. Das funktioniert überhaupt nicht. So, dann kann ich auch einfach ein schwebender Kopf sein. Dann kann ich auch einfach irgendeine Sphäre sein oder so, die irgendwo umherirrt. So, das ist ein Punkt, den ich in meinem ganzen Leben noch irgendwie nie verstanden habe. So, der beste Persona-Protagonist ist der, äh, äh, ist, äh, ist Yuna Rokami aus dem Anime von 4. Das ist der beste Persona-Protagonist. Weil sie sich einfach einen Joke draus gemacht haben, diesen, äh, äh, diesen perfekten Menschen darzustellen. Was heißt perfekt, aber quasi der in allem der Beste ist und für den alles funktioniert. Aber auch gleichzeitig super dense ist. Ich liebe das einfach im Anime, dass dann Nanako dich, äh, dich, äh, dich ne, ne Male-Hore nennt. Das ist hervorragend. Gigachat Narukami, ja. Diese, diese Szene auch in der Bar, wo sie sich betrinken. Sit on my lap. Mit dem Popped Collar dann auch. So, zum Beispiel jetzt gerade ist es wirklich literally nur geradeaus laufen und den Weg, den Weg irgendwie halbwegs suchen. An sich ist das nichts mehr als eine Forced Walking Sequence hier gerade. Ja, I said. Oh, jetzt beginnt der... Oh, nein. Was ist das eigentlich? Strange Bottle. Wo geht der lang? Wo war nochmal der, der Speicherraum? Weil das Schiff geht auch jedes Mal länger, als ich irgendwie denke. Ach, warum dreht er sich auf einmal um? Keine Ahnung, ob der mich gerade sehen konnte oder nicht. Kann ich hier rein? Ja, hier kann ich rein. Einfach in den Schrank verstecken. Gut, dass alle Türen wieder von alleine zugehen. Ich kann nicht mal die Kiste öffnen. Ich kann nicht die Kiste öffnen. Ich kann nicht im Schrank schlafen. Ich kann gar nichts. Ist da irgendjemand? Das wäre jetzt auch so lustig, wenn du die Tür aufmachst und dann steht genau in dem Moment der Gegner da. Aber ja, ich finde, ich finde, ich muss sagen, ich bin mal gespannt, irgendwie Thief richtig zu spielen. Aber First Person, äh, First, First Person. Oh mein Gott, hervorragend. Äh, First Person Stealth ist jetzt generell nichts, was mich so sonderlich begeistert. Einfach, weil es unnötig, finde ich, es dir erschwert, zu sehen, wo Gegner sind. Ich muss mich das kurz aufnehmen. Ich habe kurz die Tür. Gut, dass in der Kiste nichts drin war. Oh, ist das One-Hit-Kill auch noch? Oh, cool. Oh no, I love it. Nee, nee, es ist mega. Immerhin, kann ich hier durch? Ich liebe es, wenn der Gegner schneller laufen kann, als ich hinter mir. Nee, mega cool, das Schiff. Finde ich voll geil. Wahrscheinlich war unten irgendwo anders noch ein Safe-Punkt. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht damit anfängt, in so einer Szene. So, das Erste, gib mir doch einfach kurz einen, einfach nur einen Speicherraum, ganz am Anfang, bevor ich in die Suppe hier reingehe. Ist da hier irgendwo was? Old Videotape. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ich will abspeichern. Muss ich hier in VS-Kassetten gucken. Be kind, rewind. Achso, das ist für alle Videotapes angucken, naja. Kein One-Hit-Kill, nur ein bisschen Nom-Nom. Nur ein bisschen Chicken Tandies essen. Der sieht, der sieht, ich finde schon, der sieht fast mehr aus, wie irgendwie Barry oder so, als Chris, wie Chris aussieht. Ich liebe einfach, dass das Design von Chris so scheiße ist, dass Capcom es direkt wieder geändert hat im nächsten Teil. Oh, Salvo, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Leute, ihr seid doch irre. Ihr seid doch irre. Wir haben das erste Spiel nicht mal durch und das zweite Ziel direkt erreicht. Oh, aber ich werde Resident Evil 2 Remake dann trotzdem. Ich werde jetzt Guiden und dann 2 und dann Survivor mit der Lightgun. Ich muss nochmal meine Röhrenfernsehre testen, welcher dafür am besten geeignet ist. Ich habe hier vier stehen. Ihr seid doch irre, Leute. Hier wenigstens. Nee, kann ich nicht. Dann kommt das, kommt überhaupt nochmal ein fucking Safe Point? Kommt nochmal einer? Das war auch irgendwie so ein ganzer Abschnitt, ne? Das war hier irgendwie auch so eine komplette Sequenz. Das war ein Safe, dafür habe ich eine Karte gebraucht. Herb. Haben wir noch irgendwo was? Ich meine, sogar in den VS müssten eigentlich safe sein. Ich meine, dass die Sequenz relativ, dass die ein bisschen länger gedauert hat hier. Das Schiff sieht halt auch, ehrlich gesagt, richtig langweilig aus. Das kommt nochmal so ein bisschen hinzu. Hier ist die Munition. Climb up. Okay. Aber hier hinten konnte ich jetzt erstmal durch die Lücke stolzieren. Look at it. Me when I'm vomiting. She's vomiting. Far more in excess of her body mass. Oh, great. We're gonna be seeing a lot more of her ugly friends if this keeps up. Alright. We need to find her and fast. This is getting out of hand. Agreed. Agreed. Was hatte ich nochmal als nächstes? Genau. Genau. Warte mal. Geht das nicht als Ziel? Ach nee. Das ist ja... Ach, ich vergesse immer... Ich vergesse immer die fucking Ami-Dates. Jedes Mal. Let's go, Leute. Outbreak. Danach. Ich muss das, glaube ich, mal... Warte, ich muss das, glaube ich, mal kurz ein bisschen... Bisschen ändern. Äh... Mach mal so. Ja, so kann man es besser lesen. Ich glaube, Leute sollten verstehen, wofür das Arie steht. Oder? Das kann ich den meisten zumuten. Wofür die Abkürzung steht. Ich glaube, ja, oder? Einfach jetzt der Chat nachher voll von Leuten... Wofür... Was ist mit... Hä? Was? Das ist doch Klett-Essen-Outbreak. Hä? Was ist damit gemeint, Björn? Was meinst du? Ich verstehe das nicht. Das Runde-Etwas-Outbreak? Hä? Rudolf? Äh... Äh... Ebers-Wert? Ich den eigentlich auch abballert? Nee. Das ist immer lame, wenn Spiele... Du versuchst, da drauf zu zählen und dann zieht das Spiel das automatisch. Weg. Das ist immer lame. Lass mich doch einfach mal schlechte Entscheidungen treffen. Passiert aber auch, was ich da gerade drauf drücke? S2. Eins. 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 Zwei. Wusstest du? I knew it. I fucking knew it! Boah, wer braucht schon Treffer-Feedback in seinen Spielen? Jetzt ist der Aufzug wieder weggefahren. Das wär's noch. Okay, okay. Oh, das kenn ich. Luigi's Mansion. Warte mal. Wir sind auf zwei. Na, ich glaub, wir sind auf zwei. Wir müssen jetzt auf S2. Das ist die Super-Zwei. Rote Erbsen-Outbreak, ja. Der ist auch noch hinten getaumelt. Ja, aber das ist nur, wenn du eine bestimmte... Das ist quasi so Poise aus Dark Souls. Das ist nur, wenn du eine bestimmte Menge Schaden gemacht hast. Beziehungsweise auch leider random. So, das passiert dann nicht immer. Das hatte ich nämlich eben auch bei dem fiesen Fettsack als Zwischenboss gehabt. Beim ersten Mal sofort umgekippt. Und beim zweiten Mal nix passiert. Sei wo, du Irrer. Vielen Dank nochmal für die 50 Euro. Vielen Dank. Ihr seid doch verrückt. Ihr seid doch fucking verrückt. Nachher wird mir noch vorgeworfen, Björn, du machst absichtlich... Du hast es absichtlich viermal falsch gemacht, die Saw-Sequenz zu lösen. Ne? Das passiert halt nur... Ah, toll. Ich kann einfach nicht fest damit rechnen, wann etwas passiert. Wann etwas in die Luft fliegt oder jemand zurückschreckt bei irgendetwas. Das ist so komisch. Da bräuchte ich dieses Ghostbuster-Ding für. Was war das nochmal? Die kannst du auf den Boden setzen. Und dann können die Gegner da reinlaufen. Oder musstest du die detonieren? Du musstest detonieren. Aber das sind, glaube ich, One-Hit-Kills, wenn die da reinlaufen. Und der Bruder? Wenigstens kann ich die nochmal in die Luft... Bro, hier. Explosionen umdrehen, immer cooler. Ich glaube, der ist hinüber. Das ist halt auch seltsam, wie sie nochmal versuchen, das am Ende so einzubauen. Hey, hier, guck mal. Eine neue... Hier... Minen, die du hinlegen kannst. Coole Abwechslung. Warte mal, dafür brauche ich auch die Ghostbuster-Trap. Ah ja, ne? Die Animation hatten... Nicht, dass wir die Animation nur einmal nutzen im Spiel. Das wäre ja Verschwendung. Ah, ich habe jetzt wenigstens... Was habe ich da eigentlich gefunden gerade? Ah, okay, genau. Damit kann ich dann die ganzen Dinger kaputt machen. Exakt drei. Auch da ist es... Auch da ist es gerade wieder so... Der ganze Abschnitt suggeriert dir ein bisschen, als ob du irgendwie mehr machen könntest. Als ob du es irgendwie mehr gäbe, aber an sich verläuft alles super linear. Evie, richtiges Muttersöhnchen. I'm sorry, gibt es eine... Gibt es eine anders gegenderte Form davon? Ich weiß es gar nicht. Es ist nicht, als ob du irgendwie Muttertöchterchen oder so... Das ist Apple Watch 0.1. Tür auf. Tür auf. Marte, Tür auf. Oh, stimmt, das Spiel hat Musik auch manchmal. Nicht hingucken, weil cooler. Kannst du wenigstens zwei auf einmal töten. Das ist zumindest ganz nice. Aber das war es jetzt auch. Mehr kriege ich nicht. Ich glaube, hier kriege ich jetzt noch welche. Ich glaube, hier, hier drin können auch mal welche sein. So, mhm. Schön die Subway-Soße drauf. Ah, genau. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Äh, was habe ich jetzt gekriegt? Das war das. Tissue Samples. Small bottle containing Tissue Samples from... From EVE. Das Ding. Oh, ich kann... Wo habe ich die eigentlich? Für... Okay. Warum sollte ich die in dem Abschnitt, ehrlich gesagt, gebrauchen? Das ist ein bisschen weird. Naja, gut. Dann habe ich die jetzt. Wollen wir die noch nutzen? Jetzt habe ich da mal hingeguckt. Nicht so cool, ne? Wenn man ihn hinsieht. Das ist viel besser, wenn du dich so umdrehst. Und dann... Und dann zurückgehst. Und, äh, der steht noch. Das ist definitiv cooler. Sorgt für mehr Spannung. Das ist der... Glücksspielfaktor. Einfach wie so eine... Wie so eine Bitch die Tür zugemacht hat. Mach die scheiß Tür auf! Los! Vor allem gehe ich nachher nicht... Wenn ich außerhalb des Videotapes bin, gehe ich nicht wieder nach da unten. Und unten ist dann Ethan in der... Im Schimmel. Und du kämpfst dann nochmal genauso gegen die Sachen. Uncool, Losor. Ich bräuchte jetzt eigentlich so ein Losor-E-Mote. Damit alle Leute, die nicht den Moment gesehen haben, verwirrt sind für immer. Wir haben ihn von einem Kind gemobbt, wie im echten Leben. Mein größtes... Mein größtes Schmerz ist real geworden. Ich glaube, ich muss zurück zum Mr. Wake. Elf ist upstairs. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier eine Kiste ehrlich gesagt habe. Ich glaube, die Kiste ist nur da, damit dann nachher eine Kiste da ist. Kann ich eigentlich Sachen hier zurücklassen? Kann ich die dann später in der Kiste auftauchen für mir? Ich lege mal die Supplements da rein. Einfach mal gucken. Nicht so, dass ich die brauche, aber... Crouch? Kann ich eigentlich hier irgendwie noch höher? Nee, ne? Evidence upstairs? Nee. Ich muss, glaube ich, die... Ich habe auch immer noch nicht die... Die anderen Dinge. Aber die kann ich aufmachen, ne? Ja, genau. Puzzle gelöst, Leute. Wollt, wie das sofort auch mit Schimmel voll wird. So corrosive my ass. Hau. Okay, warte. Ich bin ein bisschen zu nah dran an mir. Tut mir sehr leid, Brody, aber... Ich wollte mich jetzt nicht selber in die Luft sprengen. Oder das ist doch einfach genau das... Der gleiche... Der gleiche Scheißschimmel. I guess, ne? Irgendwo fair. Okay, du willst dann eben auch das Budget sparen. Und es ist einfacher, das so zu machen. Aber... Ich glaube, da wäre keine Animation besser gewesen, habe ich das Gefühl. Ich gehe da nicht einfach wieder nur zurück? Gibt es hier irgendwas? Nee, ne? Ich muss, glaube ich, einfach nochmal genau den gleichen Weg rennen. Und dann kann ich irgendwo jetzt hochgehen dieses Mal. Mit meiner Bombe vor allem. Ah, genau. Jetzt ist die Tür hier auch. Ist hier noch irgendwas? Nee. Das wäre cool gewesen, da irgendwas zu verstecken. Aber nein. Ich hätte da was versteckt für euch. Ich hätte da was hingebaut. Für alle meine Homies, die auch immer... Jeden Weg ablaufen müssen, um sicher zu gehen, ...dass da vielleicht nicht doch irgendwas ist. Ich würde euch immer etwas hinpacken. Warum ist das eigentlich auf einer VHS? So, das heißt, es sind die Aufzeichnungen, stammen... ...die Aufzeichnungen stammen irgendwie von Mias Headcam oder sowas? Was halt... Das ist... Das ist irgendwie technisch weit genug, dass das so mit aufgenommen werden kann. Aber die Aufnahme befindet sich nachher trotzdem auf einer VHS-Kassette. Dann muss es doch irgendeinen Lore-Grund für geben, oder? So, das ist auch Evies Tun. Weiße Männer, wenn du ihnen sagst, dass sie nicht die wichtigsten Personen im Universum sind. Ich würde für meine Homies Landminen platzieren. Wow, habe ich gerade irgendwas... Ne, das ist... Das war jetzt korrekt. Das war jetzt richtig, ne? Oder? Ja, okay. Es kann sein, dass ich gerade Chat gelesen... Ich dachte, ich hätte vielleicht irgendwas machen müssen, als ich gerade Chat gelesen habe. Deswegen mache ich das so selten. Boah, dieses... Das geht mir so auf die Nüsse. Ja, komm. Nimm deine Nachricht auf. Einfach gut, dass hier der scheiß Laptop noch liegt. Ich liebe auch, wie nur diese eine Pfeil da drauf ist. So sonst gar nichts. Sie hat dieses eine Video aus dem Intro aufgenommen. Und sonst nichts. Vor allem hast du... Hast du das erste Mal, wenn du es schaust, hörst du dieses... Das hörst du gar nicht. Das ist so laut, dass hätte ich die Kamera mit aufnehmen müssen. Alle Leute, die schon mal Voice-Over aufgenommen haben, wissen, dass das Bullshit ist. Ich glaube, ich liebe auch das Video auf dem Laptop aufgenommen, anstatt irgendwie so am Handy. Oh no! Okay. Oh, Zwischensequenz. Zwischensequenz. Das ist genauso bei der Titanic, was hier. Entsack. Eins zu eins. Das war kein Eisberg. Das war so eine Bohrinsel. Das wollen die euch nur weiß machen, als ob ein Eis... Als ob einfach so ein bisschen am Eisberg kratzen ein Schiff senken könnte. Ja, ja. Alles... Alles Vertuschung. Die hat das Video da noch gefiltert, natürlich. Wir benutzen ein neues Kästchen. Es wäre sehr lustig, wenn sie in dem Moment einfach Evelyn so richtig auf die Zwölf gegeben hätte. So aus Reflex einfach so. Nochmal Video gucken. Ich liebe auch, wie auf dem Video, dann... Äh... Warte mal, ich kann mich... Kann ich mich noch heilen? Ne, kann ich nicht. Aber gut. Ich glaube, dann mache ich... Ja, komm, wir haben jetzt... Wir haben jetzt halb zehn. Ich glaube, Janneke kommt auch irgendwann mit dem Essen nach Hause. Und dann muss ich nämlich nicht kalt... Dann muss ich nämlich nicht warten und das kalt essen. Äh... Dann machen wir nämlich hier den Bruch. Und dann würde ich dann einfach gerade noch was von Kälissen... Gibt es noch irgendwas, mit dem ich mich unbeliebt machen kann? Wir haben doch garantiert noch Dinge, mit denen Björn sich unbeliebt machen kann. Hundertprozentig. Oder? Ich kriege ja so richtig Beef, kriege ich ja irgendwie nicht hin. Richtig Beef geht ja scheinbar nicht. Lass mal hier wieder ins Menü reingehen. Aber jetzt habe ich wirklich... Das heißt, wenn ich jetzt Resident Evil 7 anmache... Und dann meinen Fünfer-Spielstand... Ist das irgendwie so absurd. Absolut... Absolut wild. Absolut wild. Du kannst unbeliebter werden! I'm trying real hard, you guys. Komm hier, wir haben...